Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dienstag-Stream. Dienstag ist Streamstag, immer um 18 Uhr. Und auch hallo an alle, die das jetzt auf YouTube gucken. Hi, wir spielen heute mal, habe ich mir gedacht, zumindest fürs Erste. Nicht Wasteland 3 und auch nicht Disco Elysium, sondern Atomicorps. Ich habe das Spiel nämlich vor kurzem im Game Pass zufällig entdeckt. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Und bin super süchtig geworden. Instant. Instant-Zucht bei diesem Spiel. Es ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig schwierig. Und motivierend und abgedreht und lustig und toll. Ich befürchte, ich kann jetzt hier kein neues Spiel anfangen, ohne dass ich meine Progression verliere. Deswegen... Ah doch! Abandoned Run. Ja, okay. Ich mache das. Für den Stream. Damit ihr eine frische Partie seht. Ich erkläre hier gleich noch ein bisschen was. Okay. Passt. So, wartet mal ganz kurz. Okay. Also, das hier ist ein Roguelike erstmal. Es ist aber nicht nur irgendein Roguelike, sondern es ist ein Bullet-Hell-Twin-Stick-Farming-Simulator-Shooter oder so. Mit Puzzle-Elementen, wenn man so will. Es ist ziemlich verrückter, abgedrehter Scheiß. Wir sind ein Farmer in einer postapokalyptischen Welt und jetzt denke ich gerade, jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ich muss mal ins Main-Menu, damit wir das Intro bewundern können. Weil das ist so schön. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich jetzt auf Play drücke, kriegen wir dann Intro. Weil ich will jetzt nicht ganz neu anfangen. Nein, wo ist denn das Intro? Kann man das hier irgendwo angucken? Das wäre jetzt... Hätte ich wirklich gerne jetzt. Credits vielleicht? Nee. Options. Language. Vielleicht, ich kann auch Deutsch einstellen, ne? Dann können wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich leichter für manche. Was ist denn der Streamer-Modus? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich aktiviere ihn mal, weil irgendwie... Bin ich gerade am Stream, ne? Naja, okay. Ist egal. Dann machen wir jetzt ohne... Dann machen wir jetzt ohne Intro weiter. Ist zwar ein bisschen schade. Vielleicht kriegen wir das später noch hin. Hallo, Neuromancer. Hat das was von Stardew Valley? Oh, im Entferntesten. Stell dir vor, Stardew Valley auf Speed plus irgendwelche psychodelischen Drogen. So eine ordentliche Portion Speed und LSD und dann Stardew Valley spielen. Das ist ungefähr die Erfahrung von Atomic Corps. Ich glaube, so kann man es ungefähr beschreiben. Hi Stargater und hallo Hoppelhase. Nicht, dass ich mit diesen Themen Erfahrungen hätte. Na gut. Neues Spiel. Also das ist jetzt nicht wirklich ein neues, neues Spiel. Denn das ist ja ein Roguelike. Man nimmt ein bisschen Progression von Run to Run mit. Aber ja. Also. Das hier ist jetzt unser erstes Farmgebiet. Wir können jetzt hier mal Kartoffeln anbauen. Beziehungsweise muss ich jetzt erstmal das Feld umgraben. Ja gut, dass ich das noch gesehen habe, ne. Da denke ich immer nicht dran. Aber viele können halt eben einfach nicht so gut Englisch. Oder es ist einfach angenehmer auf Deutsch zu spielen. Ich habe auch immer Deutsche, naja, manchmal auf Englisch. Das stimmt aber immer Untertitel an. Weil auch wenn ich es grundsätzlich verstehe, ist es mir lieber, wenn ich es mitlesen kann. Das sind halt einfach so die Präferenzen, ne. Und da denke ich immer gar nicht dran, dass es viel sinnvoller ist, wenn ich streame oder auf YouTube was mache, dass ich auf Deutsch stelle. Weil das natürlich alle können, die bei mir zugucken. Und nicht nur ein Teil. Na gut. Also, ihr seht schon. Unsere Farm wird angegriffen. Wir müssen die Farm gleichzeitig gießen und verteidigen vor Monstern. Wir sollten aber auch, weil unser erster Tag ist und wir kaum Samen haben, auf Expedition gehen. Und dafür gehen wir hier ins postapokalyptische Ödland, wo mittlerweile die Hasen im Grunde die Hasenbraider übernommen haben und klauen denen ihre Samen und ihr Farming Equipment. Der Tag dauert in dem Spiel allerdings nur zwei Minuten. Das heißt, wir haben nicht sehr viel Zeit für unsere Expedition her, weil nachts wird unsere Farm ganz gezielt angegriffen. Und da müssen wir sie wirklich verteidigen. Ich versuche jetzt hier währenddessen so viel Hasenaußenpunkte wie möglich zu erobern. Wir kriegen dafür eben Samen, die wir jetzt dann gleich einpflanzen können, aber auch ein paar andere Goodies, die ich euch dann zeigen kann. Das Spiel ist leider ziemlich schnell und actionreich. Ich versuche so gut wie möglich zu beschreiben, während ich spiele, was ich hier eigentlich mache. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Und es wird Passagen geben, da muss ich mich wirklich konzentrieren. Und deswegen werde ich manchmal auch sehr still sein. Aber es gibt dann auch wieder chillige Phasen. Da kann man dann mal in Ruhe ein bisschen erklären und auch in den Chat gucken und so. Ah, come on, das war gerade echt gemein. Okay, was haben wir hier? Dorn. Verborgener Schmetterling. Ich nehme mal das durchbrechen. Ah, okay, das ist gut. Wenn ich jetzt den Boden aufgrabe, kommen explosive Schmetterlinge, die mir helfen. Ich muss jetzt schnell zurück zu meiner Farm. Ein bisschen was konnten wir looten aus dem Hasenland. Hier ist schon eine radioaktive Kartoffel fertig. Die Hasen, die hier sind, die tun meinem Gemüse zumindest nichts. Die greifen nur mich an. Die Schnecken, so wie die da oben, die sind die, die mein Gemüse essen. Mein radioaktives mutiertes Monstergemüse. Und das will ich nicht. Das brauche ich für mein eigenes Dorf. So, ich habe auch unter anderem eine Spitzhacke gefunden. Deswegen konnte ich jetzt gerade noch ein neues Feld aufgraben. Zwei sogar anscheinend. Sehr gut. Und durch ein Power-Up kommen jetzt, wenn ich eben den Boden aufgrabe, Schmetterlinge raus. Was ziemlich gut ist. Ich pflanze hier gerade noch ein paar Sachen an. Das ist halt wirklich ein übelstes Multitasking-Höllenspiel. Weil du musst Schüssen ausweichen, du musst Gegner abwehren, du musst die Pflanzen gießen, du musst anbauen. Das klingt vor allem am Anfang echt stressig, aber geht eigentlich wirklich. Da kommt man ganz gut rein. Ich hatte am Anfang auch echt Angst, dass mich das total überfordert. Aber eigentlich gar nicht. Es geht. Das checkt man so nach und nach. Lernt man, wie die Sachen funktionieren. Und dann läuft das schon. Ganz viel wie Pflanzen gießen geht zum Beispiel auch automatisch. Du musst nur in der Nähe der Pflanzen sein. Und natürlich Wasser in deinem Tank haben. Dass du dir immer wieder aus dem Brunnen holen musst. So, sieben Sekunden und dann ist der erste Tag schon geschafft. Der ist nicht so schwer, zum Glück. Ich mache noch ein bisschen Gras kaputt. Manchmal fallen da Samen und andere nützliche Sachen raus, währenddessen wächst hier unser Zeug. Und jetzt geht's zurück. Gut. Immerhin vier Kartoffeln haben wir geerntet. Zwölf Goldbohnen oder was auch immer die Währung hier ist, haben wir bekommen. Das ist gar nichts. Damit können wir nichts anfangen. Aber gut. Das sind böse mutierte Raiderhasen. Keine Sorge. Die wollen mich töten. Die wollen die Menschheit auslöschen und unser letztes mutiertes Gemüse stehlen. Wir sind hier die moralisch Überlegenen. Zumindest habe ich mir das so zusammen gedacht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube aber schon. Ich glaube, die haben angefangen. Ich bin fest davon überzeugt. Okay. Jetzt gerade in dem Dorf. Habe ich gar nicht erklärt. Hätte man so ein bisschen einkaufen können. Wir haben noch kein Geld. Machen wir dann, wenn wir ein bisschen Ressourcen haben, nochmal ordentlich. So. Ich gehe nochmal ins Ödland. Noch ein bisschen plündern. Oh ja. Das ist gut. Oh, das ist aber jetzt eine schwere Entscheidung. Biene oder Huhn. Biene lässt Pflanzen schneller wachsen. Huhn frisst Unkraut und findet manchmal Körner und ähnliches. Nehmen wir jetzt mal eine Biene. Können wir auf jeden Fall brauchen. Es gibt auch verschiedene Charaktere. Ich habe erst zwei. Ich habe erst zwei freigeschaltet. Ähm. Die Figur, die ich jetzt habe, ist eher so der Kämpfer. Die andere Figur hat als Boni das Pflanzen schneller wachsen und so weiter. Da ist sowas wie so eine Bienen nicht ganz so wichtig. Aber da ich jetzt eh schon ein besserer Kämpfer bin, muss ich mich ein bisschen mehr um Farm-Upgrades kümmern. Äh, okay. Ich habe gerade eine Erdbebenschriftrolle geholt. Damit können wir mehr Felder, die wir dann bestellen können, später machen. Noch ein paar wilde Pflanzen aus der Prärie gepflückt. Das ist immer gut. Oh, da ist ein Samen. Den hätte ich gern. Gut, danke. Come on. Die Gegner droppen übrigens vor allem meistens Dünger. Dieses komisch lila-grüne Geschwür, das da oft so rausploppt, ist Dünger für meine Pflanzen. Manchmal aber auch Samen. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Die sind aber meistens zu kleine Pünktchen. So, ich muss jetzt leider zurück. Ganz schnell. War hier nicht irgendwo ein Loch, genau. Über die Löcher kann man schnell reisen. Das ist gut. Dann ernte ich hier mal ab. Und bestelle das Feld neu. Das ist ganz gut. Gut, weil jetzt kommen diese zielsuchenden Schmetterlinge, die ich durch ein Upgrade am Anfang bekommen habe. Und suchen sich gleich die Gegner und halten die ein bisschen fern. Nicht so effektiv, wie ich es gern hätte, wie man sehen kann, aber passt schon. So, dann pflanze ich noch schnell ein. Es macht übrigens eigentlich Sinn, wenn man die Pflanzen nah aneinander einpflanzt. Weil wenn man die dann düngt, werden teilweise Riesenpflanzen draus. Also Pflanzen der gleichen Art. Da achte ich aber meistens nicht drauf. So multitaskingfähig bin ich auch wieder nicht, dass ich das auch noch hinkriege. Also düngen, düngen, gießen, schießen, Unkraut jäten. Alles gleichzeitig. Ich habe hier übrigens auch so eine Selbstschussanlage. Das sieht man gerade schlecht, weil es hinter der Riesenpflanze versteckt ist. Aber das ist so ein kleiner Geschützturm. Den kann man auch auf sein Feld bauen. Ich habe mal quasi einen Platz weniger zum Anpflanzen zur Verfügung. Aber wenigstens eine kleine Verteidigungsmaßnahme, wenn man gerade nicht da ist. Oder einfach zur Unterstützung. Das ist auch so ein bisschen Tower Defense. Das ist einfach, ich glaube, die Entwickler von dem Spiel haben sich gedacht, hey, wisst ihr was? Wir machen jedes Genre ever. Gleichzeitig. Das war, glaube ich, das Konzept zu dem Spiel. Rollenspiel-Elemente, ja. RPG-Elemente, ach so, das ist das Gleiche. Äh, Roguelike-Elemente. Farming-Elemente. Twin-Stick-Shooter-Elemente. Bullet-Hell. Alles. Wir sind einfach alles. So, jetzt passt auf. Wir haben jetzt 124 goldene Dingis. Das ist gut. Wir kommen jetzt gleich ins dritte Level. Hallo, JustSmithy. Das ist Atomi... Ah, wie heißt es denn jetzt? Verdammt. At-At-At-At... Irgendwas wird Atom. Atomi-Corps. Atomi-Crops. So ist es. Ich glaube, ich habe das vorher schon ganz falsch gesagt. Atomi-Crops heißt es. Und ist quasi jedes Genre ever. Okay, jetzt kommt der dritte Tag des Frühlings. An jedem dritten Tag kommt ein Boss, der unsere Farm angreift. Nachts. Deswegen sollten wir uns mit einer speziellen Waffe vorbereiten. Ich nehme jetzt mal das Scharfschützengewehr quasi. Das Pastinackengewehr. Weil das ist ziemlich gut. Hey, JustSmithy. Danke fürs Abonnieren. Sehr nett von dir. Holen wir uns das mal. Ähm... Ich habe Terraria auch gespielt, ja. Eine ganze Zeit lang. Aber habe mir nie so gut gefallen wie Minecraft. Ich habe da immer Terraria gespielt. Und dann bin ich doch wieder zurück zu Minecraft. Wenn ich so Bock hatte auf so Aufbausachen. Beziehungsweise... Wie heißt denn dieses, ähm... Terraria im Weltall? Mir fällt der Name immer nicht ein. Das habe ich... Das habe ich auch lange gespielt. Das hat mir gut gefallen. Da war es aber noch in der frühen Version. Das ist heute schon ein ganz anderes Spiel wieder als damals. Ah, wie hieß es denn? Wartet mal kurz. Vielleicht kann ich mich erinnern. Ne, überhaupt nicht. Das ist nicht mal Starbound. Genau, danke euch. Ihr habt recht. Das wäre mir jetzt nie im Leben eingefallen. Das war ganz weit weg in den... In den Untiefen meines Gehirns, diese Information. Okay. Also, wir haben jetzt immerhin noch 79 Goldbohnen übrig. Und ein Präzisionsgewehr. Ich kaufe jetzt dafür noch zwei Säckchen mit zufälligen Samen. Für 19 können wir uns sonst nichts kaufen. Wir können auf unserem Feld neben Essen auch Rosen anpflanzen. Und wenn wir Rosen haben, können wir mit diesen Fremden hier flirten. Und dafür kriegen wir dann Geschenke. Aber bisher haben wir keine Rosen. Also können wir nicht flirten. Na dann. Zurück auf die Farm. Schauen wir mal, ob wir die erste Nacht den ersten Boss überleben. Ich bleibe jetzt gleich auf der Farm. Uh, da ist was Großes fertig reif geworden heute. Heute mache ich keine Expedition. Heute ist reiner Farmtag. Die einzige Möglichkeit, sich zu heilen, ist es auch hier, diese Herzen anzubauen quasi. Die sind so zäh, diese Maulwürfe da. Also man muss sich die Lebensenergie, wenn man sich heilen will, selber anbauen. Und die sind echt selten Samen für diese Herzen. Was es echt gemein und schwierig macht. Und Lebensenergie ist wertvoll. Jeder Treffer ist echt ärgerlich. Da ist das Spiel relativ gnadenlos. Aber jetzt haben wir gut Energie. Wenn man Rüben, Herzrüben sammelt, während man volle Energie hat, dann kriegt man quasi neue Herzcontainer. Aber nur bei mehreren Rüben. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie viel genau. Aber da gibt es irgendwie Regeln anscheinend. Guckt, wie die Biene die Pflanzen bestäubt. Ich finde, das ist so eine witzige Animation, ja. Wie die so drauf rumbounced. Irgendwie ist das schön gemacht. Ich komme nicht mit dem Gießen hinterher. Ich bräuchte schon langsam ein paar andere Helfer. Ich meine, die Biene ist ein super Helfer. Aber nützlich wären auch Kühe zum Beispiel. Weil Kühe gießen, Pflanzen. Wie man das von Kühen gewohnt ist. Natürlich. Was tun Kühe sonst den ganzen Tag? Schweine helfen einem beim Buddeln. Aber das kommt alles noch. Da machen wir jetzt ein paar Runs in dem Spiel, glaube ich. Dann wird sich das alles zeigen. Sorry, wenn ich während des Spielens nicht so in den Chat gucken kann. Aber ich hole das nach, wenn wir... Die Gameplay-Passagen sind immer kurz. Wenn wir dann in der Stadt sind, dann hole ich den Chat nach. Okay, Bosszeit. Der Wurm ist super gemein. Ich finde den super schwer. Gut, dass ich das Präzisionsgewehr habe. Das passt die Nackengewehr. Da können wir ein bisschen Abstand halten. Aber trotzdem währenddessen natürlich mein Feld bestellen. Hilft ja nichts. Der ist wirklich so gemein. Weil der manchmal so krasse Kurven schneidet. Ganz genau. Der schlägt so gemeine Haken. Jawohl. Erster Boss besiegt. Hat uns ein paar Samen da gelassen. Ein paar wertvolle. Aber die Nacht ist noch nicht vorbei. So ist es nicht. Also man darf sich da nicht in Sicherheit wiegen. Nur wenn man den Boss besiegt hat. Es kommen trotzdem noch Wellen an Gegnern. So, ich habe einen Baum. Einen Dattelbaum. Den werden wir jetzt hier mal pflanzen. Der braucht ein bisschen zum Wachsen. Aber dafür kriegt man von dem dann eben permanent. Gemüse. Oder Obst. Oder je nachdem. Früchte halt. Ich mag den Stil von dem Spiel einfach. Das ist ein Stil, der gefällt mir. Es ist over the top. Es ist weird. Es ist bunt. Auch die Musik passt so wunderbar zu diesem abgedrehten Stil. Ich finde das einfach ein toll durchgestyltes Spiel. Sodala. Hey. Danke Astra Deathbird für die Bits. Yippee. Dankeschön. Voll nett von dir. So. Kennt ihr Harvest Moon Stardew Valley? Oder sind diese Fantasy Farming Simulatären nichts für ihn? Meinst du jetzt mich mit ihnen? Ich kenn. Ich hab Harvest Moon ey. Mein Gott. Auf dem Super Nintendo. Und dann auch auf dem Gamecube. Gesuchtet wie bescheuert. Ich hab Harvest Moon rauf und runter gespielt. Das hat mir super gut gefallen. Und Stardew Valley hab ich letztes Jahr glaube ich mit meiner Frau zusammen. Im Koop haben wir ganz lange gemacht. Aber sie ist einfach ein Kontrollfreak. Mit der kann man nicht Koop spielen. Sowas. Ich hab immer nur geschimpft bekommen. Ähm. Ne Quatsch. Das war. Äh. Auch cool. Also mag ich beide sehr gerne. Auf jeden Fall. Ja das Stream ist wirklich nur so ein kleines. So ein kleines Nebending. Einmal in der Woche streame ich für ein paar Stunden. Sind wirklich nur. Der harte Kern dabei. Auf YouTube wenns dann landet. Da sinds dann ein paar mehr. Aber das ist wirklich eher so ein bisschen so. Zum Spaß nebenbei. Der hat. Der Lore Kanal ist schon das Haupt. Kernstück quasi. Von dem Ganzen. Die Musik ist. Ja. Die ist oft sehr aufdringlich in den Kämpfen. So da la. Ah ja. Unsere Waffe ist kaputt gegangen. Der Charakter den wir jetzt haben. Hat nämlich die Spezialfähigkeit. Das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Die Waffe nach einem Kampf nicht kaputt geht. Was normal ist. Also die Waffen sollen kaputt gehen normalerweise. Aber in dem Fall gibt es jetzt die Rinderwaffe. Das ist zwar ein komischer Name auf Deutsch. Aber auf jeden Fall ist das die Gatling Gun. Und die ist einfach die mächtigste Waffe im ganzen Spiel. Die ist total überpowert. Ich kaufe die jetzt, obwohl wir jetzt keinen Bosskampf vor uns haben. In der Hoffnung, dass die Waffe bis zum nächsten Bosskampf überlebt. Dann kaufe ich noch zwei Säckchen Samen. Und wir haben vier Rosen. Sehr gut. Könnten wir flirten mit den Fremden. Schauen wir mal. Boric oder wie er heißt. Was würde er uns geben. Nach einem Sieg über Gegner wird in der Nähe Unkraut entfernt. Ich bin ein bisschen langweilig. Was hast du zu bieten? Erhöht den Schaden und Rückschlag von Geschütztürmen und Drohnen. Ja. Ah, warte mal. Wir haben gerade den Boss besiegt. Wir gehen jetzt zur Party. Nach jedem Bosskampf gibt es ein ordentliches Dorffest hier. Aber erst mal muss die Bürgermeisterin unsere Leistung bewerten. Mal gucken, wie viel Nahrung wir gesammelt haben. Und wie gut das Dorf sich jetzt quasi ernähren kann davon. Oder konnte. Ich weiß nicht genau, wie das gedacht ist. Na, immerhin. Immerhin wohlgenährt. Das ist gut. Ihr seht wahrscheinlich oben. Also da ist doch die Reihe mit Belohnungen. Und drüber ist noch eine Reihe mit Zweitbelohnungen. Die aber nur bei den hinteren Rängen kommt. Das ist die übergreifende Währung, in denen man Bonis für zukünftige Runs freischalten kann. Die wollen wir auf jeden Fall. Das war jetzt nicht der beste Run. Die beste erste Runde. Der beste Frühling. Aber hey, passt schon. Nehmen wir. So, jetzt kriegen wir ein Brückenreparaturset. Damit können wir eine Brücke reparieren, die in ein neues Gebiet führt. Wenn wir wollen. Dann kriegen wir einen Herzarm. Damit wir neue Lebensenergie machen können. Eine Kuh. Yes. Die uns beim Gießen hilft. Zwei so Füllhörner. Über die übergreifende Roguelike-Währung. Und Blutmond. Ne, wie heißt das im Deutschen? Blutmonsun. Achso, genau. Blutmonsun. Äh. Das düngt. Alle meine Pflanzen, die aktuell gepflanzt sind. Maximal. Das ist gut. So, was könnten wir hier kaufen? Hier könnten wir für die Rosen... Mit Energie verdoppelt sich der Schaden und erhöht sich das Tempo. Ein Huhn. Oder eine Regenwolke, die gießt für kurze Zeit mein Feld. Weiß ich nicht genau. Oh ja. Verdammt, wir haben nicht genug Geld. Den hätte ich gern gehabt, den Mähdrescher. Naja, hilft nix. Also gut, ich nehme deine Drohnenverbesserung. Deine Geschützturmverbesserung. Und von dir kaufe ich noch den Herzsamen. Und dann geht's los. Erster Tag des Sommers. Let's go. Oh, ich brauche Wasser. Ich sollte eigentlich jetzt, wo ich die Gettling habe, ein bisschen erkunden gehen. Das macht Sinn. Reparieren wir mal die Brücke nach oben ins Eisgebiet. Das nicht wirklich ein Eisgebiet ist. Aber es sind hier böse Schneemänner insofern. Jawohl. Immer her damit. Immer her mit dem guten Loot. Lootkorr. Ein Huhn. Sehr gut. Das nehmen wir. Man wird halt, während man mit der Gettling schießt, langsamer. Das ist der Nachteil. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist kein sehr großer Nachteil. Die haut nämlich trotzdem so rein. Und man kann eigentlich immer noch recht gut ausweichen. Na gut, gehen wir mal zurück. Das war schon ein ganz netter Run. Ein ganz netter Haul. Oder wie man das auch immer nennen will. Ja, das ist schon gut. Jetzt mit Kuh und mit Biene geht das schon hier von ganz allein, die Farm. Ah ja, genau. Wartet mal. Ich habe einen Erdbeben. Yo. Oh mein Gott. Und jetzt. Ach so, Quatsch. Das war ja der. Ich habe mich gerade vertan. Ich dachte, ich habe eine Taube, die Samen sät überall. Aber die hat jetzt alles gedüngt. Ist auch okay. Oh ja, ich habe noch einen Baum. Einen Apfelbaum. Jawohl. Okay. Ich meine, guckt euch das Ding an. Warum sollte man eine andere Waffe haben wollen, wenn man die haben kann? Die bombt einfach alles weg. Mich nervt so, dass da jetzt ein, ein, ein Nicht-Feld. Seht ihr diese, diese Stelle hier? Da kann ich nichts anbauen. Da ist jetzt ein Loch in meinem schönen Feld. Das ist nur kosmetisch. Das ist eigentlich relativ egal. Aber das stört mich furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Okay, keine Samen mehr aktuell. Verzau'n. Genau. Hühner legen ab und zu auch Eier. Die zählen auch wie, wie Obst. Wie, wie Gemüse. Wie Nahrungsmittel halt. Die man mitnimmt in sein Haus. Also im Endeffekt bringt es Punkte. So, das war's schon wieder. Jetzt hoffen wir, dass die Gettling nicht kaputt geht. Oh ja, warte. Die Rose ernte ich noch schnell. Sehr schön. Hallo. Ich hab Zero Wins. Wie geht's? Du magst ja Minecraft vermutlich auch Fantasy-Sachen wie Elder Scrolls. Eine Art Kombi wäre Portal Knights, wenn dir das was sagt. Ja, das kenn ich auch. Das hab ich auch gespielt. Aber das hat... Na, das war nett. Aber das hat mich nicht so lange beschäftigt irgendwie. Ah, die Gettling ist kaputt gegangen. Schade. Naja, was soll man machen? Ich spiele eigentlich wirklich alles Mögliche. Es gibt eigentlich nicht wirklich ein Genre, wo ich kategorisch sagen würde, gefällt mir gar nicht. Obwohl ich mich nicht für Sport interessiere und auch Sportspiele nicht gern spiele, habe ich ganz viele International Superstar Sockers und Fifas und Golfspiele und Tennis. Tennis mag ich ganz gern sogar als Videospiel. Alles Mögliche gespielt. Also es gibt wirklich im Videospielbereich kaum was, wo ich sagen würde, interessiert mich gar nicht. Oder auch Rennsport interessiert mich so nicht. Aber mit Forza 3 war es, glaube ich, damals. Aber auch den alten Grand Tourismus hatte ich super viel Spaß immer wieder. Und so akkadige Rennspiele sind dann nochmal ganz was anderes. Okay, ganz kurz mal konzentrieren. Ich habe drei Rosen. Wir könnten mit ihm hier flirten und würden dafür ein Herz bekommen. Nee, brauchen wir gerade nicht. Sparen wir uns die. Waffen kaufe ich jetzt nicht. Stattdessen kaufe ich die beiden Samen, Säckchen. Dann haben wir was zum Ansehen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich mache jetzt, obwohl wir leider keine Gettling mehr haben, heute eine Expedition. Ich habe jetzt vor kurzem auch den Landwirtschaftssimulator gespielt. Also was heißt vor kurzem? Erst am Wochenende. Also wirklich vor ganz kurzer Zeit. Der Landwirtschaftssimulator 19. Und das ist schon ein Spiel, ich kann die Faszination verstehen. Das ist nicht mein Spiel, aber ich kann die Faszination verstehen. Ich habe da mehrmals neu angefangen, weil ich einfach mit dem Startkapital die verschiedenen Facetten im Grunde so durchprobieren wollte. Und vor allem das Bäume fällen hat mich echt begeistert. Das ist richtig cool. Die Baumstämme gehen exakt an der Stelle und in dem Winkel kaputt, wo man sie sägt. Und man kann richtig schön quasi diese Bäume in schön sortierte kleine Bretter schneiden und dann zum Sägehof bringen oder wo man die auch immer hinverkaufen will. Dann pflanzt man neue Bäume an. Das ist schon schön auch. Aber das ist mir zu sehr Simulation. Und zu wenig akkadig. Ich meine, man kann in den Optionen sehr viel verändern, theoretisch. Dass es ein bisschen akkadiger wird, wenn man will. Oder den Realismus auch noch höher drehen. Aber grundsätzlich... Genau. Es ist mir persönlich das eben zu sehr... zu realistisch einfach. Aber gerade im Multiplayer hat mir das wirklich Spaß gemacht, der Farming Simulator, für ein paar Stunden oder für zwei Tage sogar im Grunde. Na komm, die beiden Lager holen wir uns noch. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich wollte die gern noch erobern hier. Da sind so viele Lager auf engen Raum, Mensch. Überall hier gäbe es so viel zu holen. Aber wir müssen schnell zurück. Ich finde... Oh mein Gott, ist hier noch viel. Oh mein Gott, das hört nicht auf. Wo ist der Eingang? Wo bin ich denn hierher gekommen? Ah ja, Gott sei Dank. Geht's aber schnell. Ich habe irgendwas abbekommen, aber das hat sich gelohnt. Meine Güte. Ach verdammt, ich habe versehentlich. Das passiert mir leider immer wieder. Mein Geschützturm abgebaut, als ich was einpflanzen wollte, weil das die gleiche Taste ist. Und im Eifer des Gefechts ist es teilweise... Jetzt haben die meinen Baum gegessen. Ah, nein! Das ist schon ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Ah, ouch. Na ja, Hauptsache wir haben die Nacht noch überstanden. Morgen müssen wir uns hier mal um die Farm kümmern. Mir geht's auch gut, danke. Ein Foto von der Lobby. Aus der, aus der Vault, die ich gebaut habe, meinst du? Aus der großen Vault, die ich leider nicht mehr betreten kann. Ah, ein Screenshot davon. Auf Discord oder wo soll ich das posten? Also, ich kann dir gerne ein paar Links dann im Discord reinschreiben zu Videos, wo ich die Vault gerade baue. Da kannst du dir dann quasi, ne, kannst du dir das alles als Video angucken. Da habe ich auch mehrere Rundgänge immer wieder gemacht. Da, das ist vielleicht das leichteste. So, nicht schlecht. Keine schlechte Ausbeute heute. Oh, jawohl. Glück gehabt. Wir können uns die Rinderwaffe nochmal kaufen für den Boss jetzt dann. Das ist sehr gut. Eine Biene, die kann ich mir leider nicht leisten. Noch ein paar Samen. Das da kaufe ich auch. Die Gatling kriegt ein Upgrade. Mehr können wir uns nicht leisten. Und ich habe sechs Rosen. Schauen wir mal. Was würde der mir bieten? Beim Aussehen von Samen werden gegnerische Kugeln zerstört. Da erscheint so ein kleines Kraftfeld. Wie so eine Druckwelle, die einen schützt. Ich verstehe. Ähm, du kannst... Ich duze dich einfach, ne, weil du siehst mich. Ich hoffe, das ist okay für dich. Du kannst mir auf Discord einfach... Du kannst mich übrigens auch gern duzen. Schreib mir auf Discord einfach eine Nachricht. Entweder direkt privat oder mit Ad einfach. Das ist, glaube ich, das leichteste. Feuert explosive Schmetterlinge ab. Wann? Einfach so immer. Oder wie? Kauf das mal. Das kenne ich noch nicht. Das klingt gut. Na gut. Zurück auf die Farm, würde ich sagen. So, wir haben ganz viele Samen. Farmen haben wir auch. Ne, Farmen haben wir nur eine. Aber wir haben ganz viele Samen auf einer Farm. Heute kümmern wir uns mal um die Farm. Versucht die mal möglichst schnell zu gießen, zu ernten, alles nachzubauen. Damit wir, bevor es Abend wird, möglichst viel hier ernten können. Dünger habe ich leider nicht sehr viel. Aber gut, mein Gott, hilft dir nichts. So ein Gewusel hier. Checkt ihr eigentlich irgendwas von dem, was hier abgeht? Ich habe lange gebraucht. Aber das Spiel startet da auch relativ langsam. Bis ich mal so richtig dechiffrieren konnte, was da überhaupt alles so vor sich geht die ganze Zeit. Vor allem, wenn man dann viele kleine Helfer hat, die irgendwie mitarbeiten auf der Farm, dann wird das ein Gewusel. Oh, mein Wasser ist schon wieder leer. Das übersehe ich immer. Oh, Riesen-Mais-Kolben. Yes, der wird was wert sein. Hoffe ich. Denke ich. Okay. Die Kuh und ich, wir gießen zu wenig. Wir brauchen noch irgendwie... Ich brauche entweder mehr Kühe oder eine bessere Gießkanne. Das reicht einfach noch nicht. Oh oh, Bosszeit. Man kann... Der Boss kommt immer in so einem komischen Erdhügel. Man kann vor dem noch ein bisschen weglaufen und weiterarbeiten auf seiner Farm. Aber der wird immer schneller und schneller. Und irgendwann hat er einen. Oh, die Sonne. Die ist ein harter Gegner. Oh, und mein Controller sagt, er will nicht mehr. Hä? Ich habe ihn eigentlich angesteckt. Ah, geht schon wieder weiter. Okay, wow. Okay. Oh, zum Glück habe ich die Gatling noch gekauft und upgegradet. Weil die Sonne ist mit einer anderen Waffe einfach irre schwer, finde ich. Die zündet jetzt wahrscheinlich auch mein Farmland hier oben die ganze Zeit an. Na, geht ehrlich gesagt. Komischerweise. Autsch. Aber gut. Geschafft. Die Sonne ist tot. Cool. Ich frage mich, wer dann in dem Spiel morgen aufgeht. Jetzt wo die Sonne weg ist. Aber wer weiß. In diesem radioaktiven Ödland hier ist alles möglich. Ich frage mich. Okay. Gut, 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 gut. Ich glaube, das war heute ein ganz guter Tag jetzt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel geerntet haben. Aber zumindest haben wir eine sehr gute Grundlage geschaffen. Und wir haben den Boss besiegt. Yay! Genau. Im Endeffekt hat man eine Farm und muss sie beschützen. Nur alles sehr überdreht und irre. Waffe repariert. Wir dürfen die Gatling behalten. Das ist schön. Wir haben vier Rosen. Hier, mit der könnten wir flirten. Disco-Kugel, gib allen Freunden Energie, wenn du Energie erhältst. Ich verstehe. Das heißt, wenn ich meinen Power-Modus habe, dann kriegen meine Begleiter auch einen Power-Modus. Also so einen Geschwindigkeits-Boost-Modus. Ich weiß nicht, ob ich das will. Frau Bürgermeisterin, es ist Zeit, die Ernte zu begutachten. Bitteschön. Bitteschön. Komm schon. Füll dich. Füll dich bis ganz nach oben. Ah! Das ist gut. Aber ich hätte es halt gern bis ganz nach oben. Dann kriegt man die ultimativen Bonus. Vogelscheuche. Gut. Herzchen. Was ist das da her? Gib allen Freunden maximale Energie, wenn du Schaden erleidest. Aha. Und eine Kuh. Sehr gut. Die brauche ich. Jetzt, wo ich die Kuh habe, brauche ich wahrscheinlich keine Regenwolke mehr, ne? Schauen wir mal, vielleicht können wir uns diesmal einen Traktor kaufen. Ah ja, den Tunneltraktor finde ich nicht so gut. Und die Motivationsröhre vergesse ich immer, äh Möhre, vergesse ich immer, dass ich die überhaupt habe. Das hätte ich gerne. Das wäre gut. Ein Strauß Rosen. Ich weiß gar nicht, wie viele Rosen ich kriegen würde, wenn ich ihm jetzt Rosen gebe. Ob sich das überhaupt lohnt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich spare die Rosen. Ich kaufe die Samen, wie immer. Und dann geht es zurück auf die Farm. Farmtag. Herbst. So, einige Erbsen angebaut. Düngen wir noch, was geht. Noch eine Erbse. Wow, das wird jetzt hier am Fließband fertig. Das ist voll super. Dank Biene, die das alles bestäubt und zwei Kühen und den Hühnern, die mir immer wieder Samen geben und so, haben wir jetzt schon eine einigermaßen coole, vollautomatisierte Farm hier. Nur düngen muss ich noch selbst. Also vollautomatisiert ist sowas von übertrieben und falsch. Aber die wächst ganz gut, ohne dass ich jede Kleinigkeit micromanagen muss. Irgendwann mit Wasser holen, merke ich gerade. Schnell. Okay. So, das waren schon alle Samen. Sind schon wieder weg. Geht doch ganz schnell dann immer. Aber in zwölf Sekunden ist eh schon wieder Abend. Ich könnte mich auch mal ein bisschen hier in der Nähe umsehen, weil ab und zu liegen hier in den Gräsern seltsame Objekte, die einem tatsächlich manchmal sehr gute Bonis bringen, aber bis jetzt leider noch keine sich generiert haben. Mein Gott, ein Hasen-Großangriff heute Nacht. Oder wie? Meine Güte. Wie? Wie geht's? Wie gibt's? Wie gibt's? Ich grabe hier einfach mein Feld um. Sollen die Hasen auf mich schießen? Mir doch wurscht. Aber so viel Eier, das Hühn, warum liegt das Hühn? Ach, weil das Hühn Energized ist. Okay, okay. Ich hatte das noch nie, dass meine Begleiter Energized sein können, so wie ich. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Das Hühn hat gerade eine Million Eier gelegt und mir auch noch eine Million Samen gegeben. Das lohnt sich. Hätte ich vielleicht doch kaufen sollen, dass die immer den gleichen Bonus, den gleichen Energiebonus kriegen wie ich, meine Begleiter. Naja. Fürs nächste Mal weiß ich, dass das ziemlich mächtig ist. So, zurück in die Siedlung mit uns. 400, nicht schlecht. Ah, unsere Gatling ist kaputt gegangen. Ist nicht so schlimm. Es gibt schon wieder die nächste. Nicht schlecht, kaufe ich. Die ganzen Samen kaufe ich auch. Die Gatling wird außerdem noch abgegradet. Ein Dorn, der uns umkreist. Naja. Beim Aussäen von Samen wird eine mächtige Explosion verbreitet. Aber so viele Rosen habe ich nicht für den. Heben wir uns die Rosen auf. Machen wir eine Runde, schaffen wir so auch noch. So, ich schaue mich kurz wieder ein bisschen auf unserem Feld um. Aber hier liegt wieder nichts. Ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich spiele das Spiel ja auch noch nicht lang. Aber ich glaube, das hängt teilweise von den Bossen, die man besiegt hat, ab, was man in seinem Feld finden kann. Bis jetzt, ich gehe in die Wüste. Oh, Mist. Oh, hier habe ich schon alles ganz gut abgegrast, leider. Na, dann gehen wir wieder zurück. Da unten war irgendwo ein Loch. Genau. Okay. Immerhin habe ich super Dünger für alle gefunden. Das ist schon mal gut. Ah, so viel Dünger und Samen und Zeugs. Das löst sich gleich auf. Nein! Okay. Oh, was ist mit der Tomate passiert? Kennt ihr den Film Angriff der Killertomaten? Was für ein schrecklicher Film. Aber an den musste ich gerade denken. Wow, ich glaube, ich habe noch nie so eine riesige Tomate wie die gemacht. Die wird bestimmt einiges wert sein. Yeah! Riesentomate! Hey, ich muss schon langsam echt auf meine, auf meine Gesundheit achten. Die sieht nicht mehr gut aus. Ich habe keine Herzrüben eingepflanzt. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen jetzt. Oh, jetzt geht es aber los hier. Oh, irgendwas hat mich getroffen. Dammit. Den Scharfschützen haben wir auch noch. Ich bin so gut wie tot. Noch zwölf Sekunden. Komm schon. Nicht vom Scharfschützen treffen lassen. So scharf schützt der eh wieder nicht. Okay. Wir haben es irgendwie noch so gerade so überlebt. Aber verdammt, das war schon nicht mehr schön. Na ja. Man kann nicht immer gewinnen. Hallo, Damokles. Wie geht's? Hi. Okay. Was machen wir denn jetzt? Erhaltet drei Hühner. Das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Das nehmen wir. Yeah. Ein Herzsam nehme ich auch noch mit. Die kaufen wir auch. Und unsere Gatling wird nochmal abgegradet. Weil jetzt kommt der nächste Boss. Oh, und ich habe keine Lebensenergie. Ziemlich sicher wird das unser letzter Tag für diesen Run sein. Aber dann starten wir den nächsten Run. Ist ja immerhin Rogue Light. Deswegen spielt man es ja. Okay, ein bisschen Dünger habe ich noch. So viel Hühner zu haben ist schon praktisch. Die bringen einem dauernd ein bisschen Dünger, ein paar Samen. Immer so ein bisschen was wieder. Und natürlich die Eier nicht zu vergessen. Okay, zum Glück konnte ich mich jetzt noch ein bisschen heilen mit einer Herzfrucht, die ich anbauen konnte. Trotzdem wird das jetzt dann ein krasser Bosskampf in 42 Sekunden. So viel Hühner zu haben. Aber wenn man drauf wartet, ist das so. Kommt einem immer alles ewig vor. Holen wir noch schnell die Eier. Und jetzt wird es ernst. Noch schnell ein bisschen was anpflanzen und ernten, bevor es losgeht. Okay. Ah, ja. Den Pilz. Also das ist ein Pilzboss. Der vermehrt sich jetzt. Der vermehrt sich immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wächst immer mehr und ist überall. Und ich habe den noch nie besiegt. Wenn man einfach nur überlebt die ganze Nacht, dann zählt das auch als gewonnen. Aber ich habe es noch nie geschafft, wirklich alle seine Pilzkörper quasi auszulöschen. Noch nie. Der verbreitet sich in super Tempo über die ganze Map. Ich weiß überhaupt nicht, wie das wirklich gehen soll, dass man den komplett auslöscht. Aber ich werde es mal versuchen. Jetzt mit der abgegradeten Gatling. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Aber es sind ja auch noch so viele Hasen und Würmer und alles mögliche an Gegnern unterwegs. Es ist ja nicht so, als ob der Pilzboss, der überall gleichzeitig ist, der einzige Gegner wäre. Oh mein Gott. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wow, das war knapp. Meine Güte, was ist denn hier los? Da unten hat er sich ausgebreitet wie sonst noch was. Jawohl, geschafft. Ich habe es noch nie geschafft, den wirklich zu besiegen. Das ist gut. Aber die Nacht ist noch nicht vorbei. Äh, wir müssen noch aufpassen. Ein Schuss und wir sind tot. Ein Treffer und wir sind tot. Oh. Wow. Dass wir das noch schaffen, hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Das war, das war irre. Cool. Die komplette Pilzinfektion weggeschossen mit der Gatling. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da könnten sich Joel und Ellie ein Beispiel dran nehmen. Einfach nur eine Gatling. Und dann einfach wegschießen den ganzen Pilz überall. So einfach könnte sein. Nichts schleichen und Stealth killen. Nein, sie ist kaputt gegangen. Aber sie hat uns einen guten letzten Dienst erwiesen, die Gatling. Gehen wir hoch zur Party und lassen die Bürgermeisterin unseren Haul bewerten. Wenn ich unseren Kontostand so angucke, war das ein ziemlich guter Herbst. Oder? Oh, leider nicht ganz. Ach, knapp. Aber trotzdem sehr gut. Pflanzen in der Nähe wachsen viel schneller. Das ist gut. Brückenteil neuer Samen. Du kannst Traktoren benutzen, bevor sie bereit sind. Dabei besteht aber eine 50%ige Chance, dass du Schaden erleidest. Du Gott, das will ich gar nicht. Und ein Truthahn. Ein Truthahn ist, glaube ich, einfach nur ein Huhn. Im Grunde. Eins, das man im Herbst kriegt. Ein Herbsthuhn. Jetzt kaufe ich mir den Wackertraktor. Der ist nämlich super. Damit kann ich nämlich riesige Bereiche in meinem eigenen Grundstück quasi wegackern lassen. Und kriege unglaublich viel Samen und Dünger dafür. Das ist echt toll. Dann kaufe ich mir noch ganz viel Samen. Das Einzige, das mir gerade so gar nicht passt, ist aktuell, dass wir halt einfach nur ein Herzchen haben. Und ich habe, doch, doch, ich habe, ich habe zwei Herzrüben. Machen wir das Beste draus. Zwei Herzrüben. Kann ich mir ein kleines bisschen heilen zumindest. Also vorausgesetzt, wir leben lang genug, bis die reif sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. So, Mähdrescher aktiviert. Oh mein Gott. Jetzt haben wir genug Samen für immer. Wir haben leider nicht so viel Acker, dass wir die alle bauen könnten. Aber Samen gehen uns jetzt so schnell nicht mehr aus. Okay, zumindest konnte ich mal die beiden Herzchen ernten. Das ist schon mal gut. Okay. Also ich glaube, falls wir die Nacht noch überleben, und das ist leider ein großes Fall, sind wir zumindest ziemlich reich jetzt. Ah, es ist eine friedliche Nacht. Yes, ab und zu passiert das. Ab und zu, wenn man ganz viel Glück hat, ist es einfach eine friedliche Nacht, und es passiert gar nichts. Nicht mal die normalen Monster, die tagsüber kommen. Man kann einfach für ein paar Minuten oder für eineinhalb oder zwei Minuten oder so gemütlich seine Farm verwalten. Ohne irgendwas. Das ist toll. Es gibt auch das krasse Gegenteil. Wahrscheinlich werden wir das auch noch erleben. Das macht dann sogar keinen Spaß. Dafür kommt man, wenn man überlebt, mit gutem Loot raus. Aber ja, das ist toll. Das ist sehr nett von dem Spiel. Jetzt fliegen sogar so komische geisterhafte Rüben durch die Luft die ganze Zeit. Und wenn ich die erwische, droppen die ganz viel Dünger und Samen für uns. Für unsere Farm. Das ist echt super. Was will man mehr? Dadurch, dass das Spiel normalerweise so hektisch ist, ist diese kurze Verschnaufpause von, weiß ich gar nicht genau, höchstens zwei Minuten oder so, echt der Hammer. Cool, wir haben sogar Spitzhacken bekommen. Können wir zwei neue Farmfelder öffnen für uns? Ich komme überhaupt nicht hinterher und überlegen auch noch Hühnereier, die wir noch sammeln könnten. Ah, ist das toll. Aber irgendwie vergeht die Zeit langsamer, als es da oben steht, oder? Also, mir kommt es zumindest so vor, als wären das sehr viel länger als eineinhalb Minuten, seitdem jetzt hier Ruhe eingekehrt ist, oder? Naja, das war es leider schon mit unserer ruhigen Nacht. Jetzt kommt der Hubschrauber und holt uns ab. Das war schön. Das sind Wasserkühe, selbstverständlich. Wie man das so kennt. Kühe, die selbstständig alles gießen. 3 mal 1,30. Ach, 1,30. Wirklich? Ich habe immer nur so nach oben geschielt, weil ich mich konzentrieren musste auf die Action. Ich dachte, es sind 3 mal 30. Aber 3 mal 1,30 kann schon... Das kann ich mir schon eher vorstellen. Okay. Cool, unsere Gatling hat überlebt. Das ist schön. Hm. Wir haben keine Rosen. Eigentlich brauchen wir nicht unbedingt Samen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund kaufe ich die trotzdem immer. Und unser restliches Geld stecken wir in unsere Gatling. Yeah. Zurück auf die Farm. Oh, das war so Glück, dass wir jetzt so eine ruhige Nacht hatten. Leider löst das unser Lebensenergieproblem trotzdem nicht, weil ich habe trotzdem keine Herzchensamen. Aber so eine kleine Verschnaufpause war trotzdem nett. Ups, Entschuldigung, Trothan. Zum Glück kann man seinen Buddies nichts tun. Evans Friendly Fire in diesem wirren, teilweise hektischen Spiel auch noch geben würde. Ne, dann wäre es unspielbar. Insofern eine gute Entscheidung, dass sie das nicht gemacht haben. Von den Entwicklern. Okay. 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 Boah, ich hätte beinahe das eine Projektil übersehen. Das war jetzt so knapp. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Dem wäre ich beinahe voll reingelaufen. Beziehungsweise einfach stehen geblieben. Oh oh, es ist so weit. Es wird Nacht. Okay. 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 Bombenhase da unten irgendwo. Ich bin ja schon froh, dass die Hasen wenigstens dem Feld keinen Schaden machen, sondern nur die Schnecken und die Fliegen. Aber wenn so random Projektile, denen man selber ausweicht, dann die Farm zerstören könnten, das wäre blöd. Das haben die schon gut durchdacht, dass es quasi Gegner gibt, die speziell mich angreifen und Gegner, die speziell die Farm angreifen. Wow, aber ich muss echt mal diese Bombenhasen wegkriegen, ey. Die Bomben hier alles nieder. Meine Güte, ich komme gar nicht mehr. Puh, voll lauter Bombenteppich. Auch noch Knallkirschen hier. Puh, Nacht überstanden. Ohne Eintreffer. Sehr gut. Hat die Farm überlebt? Na, die wurde schon ein bisschen weggemampft. Der Apfelbaum hat es nicht geschafft. Aber das, es gibt Schlimmeres. Huiuiuiuiuiui. Ja, stimmt wirklich. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Okay. Oh, Gatling kaputt gegangen. Das ist wirklich schade, weil ausgerechnet jetzt kommt der Bosskampf. Jetzt hätte ich die Gatling gut brauchen können. Aber dann kaufe ich das Präzisionsgewehr. Ich meine natürlich, das Pastinackengewehr. Samen brauchen wir nicht mehr. Wir haben genug Samen. Die kriegen wir nie im Leben weg. Dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Das macht keinen Sinn. Stecken wir alles in die Waffe. Und los geht's. Das wird wahrscheinlich... Ich glaube nicht, dass wir... Ich glaube... Ich glaube, wir sind tot. Winter. Der Winterboss. Aber schauen wir mal. Ich tue mein Möglichstes. Hey, ich habe immerhin... sehe ich gerade eine Herzrübe. Nicht schlecht. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich jetzt wieder das Präzisionsgewehr habe und nicht mehr die Gatling. Muss man ein bisschen anders spielen halt schon auch damit. Die Sonnenblumen. Die bringen nur was, wenn man echt viel Dünger hat. Und wir hatten viel Dünger. Jetzt leider nicht mehr. Ich hätte vorher noch, das wäre effektiver gewesen, unseren Mähdrescher benutzen sollen. Aber er hätte auch nicht so viel ausgemacht. Halb so schlimm. Okay, Vorsicht. Jetzt wird man schon langsam zu wuselig hier. Nicht, dass wir jetzt von einem Projektil getroffen werden. Das wäre ärgerlich. Nicht, dass wir jetzt von einem Projektil getroffen haben. Okay, ich habe übrigens in diesem Run erstaunlich wenig Geschütztürme oder Drohnen oder irgendwie so richtige Kampfbegleiter bekommen. Das waren bis jetzt eigentlich immer sehr viel mehr. Tja. Aber so ist das in einem guten Roguelike. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Geh weg. Oh. Uah. Hahaha. Er ist kein, kein sehr netter Boss. Die Pfui-Spinne. Die ist schlimm. Ah, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Deswegen muss ich gerade die Klappe halten. Treffe ich die überhaupt? Nee. Mist. Aber die trifft mich dafür. Ah, come on. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Das war, das war zu viel. Tod. Ende. Deine beste Leistung aller Zeiten. Na, das, das hört mal gern. Nee, warte mal. Meine beste Zeitung, Zeitung aller Leisten waren die 11.000. Jetzt habe ich 8.000 geschafft. Okay. Cool. Also, wir sind jetzt das erste Mal gestorben. Also im Stream. Das heißt, wir haben jetzt die 17 übergreifende Füllhorn-Währung, die wir verdient haben, die wir hier in permanente Upgrades stopfen können. Wir können uns eines davon im Grunde jetzt leisten. Entweder erhöht die Dauer von Regenwolken um 20%. Abklingzeit für Traktoren ist leicht reduziert. Aufladungspilz freischalten gewährt eine Traktorladung. Pilzeffekte dauern etwas länger. Man findet so selten Pilze, dass ich echt irgendwie nicht weiß, ob das so viel Sinn macht. Ich glaube, ich mache einfach mal, dass die Regenwolken 20% länger anhalten. Weil warum nicht? Und wir nehmen jetzt mal Lavender. Den anderen Charakter im Spiel. Den Startcharakter, der vor allem aufs Pflanzenzüchten spezialisiert ist und weniger aufs Kämpfen. Hier übrigens das mit den Jahren. Das ist so eine Art Schwierigkeitsgraben. Man muss aber immer erst die laufenden Jahre schaffen, damit man das nächste freischaltet. Das erste Jahr habe ich schon vor dem Stream geschafft. Und dadurch habe ich jetzt eben das zweite Jahr erst kürzlich freigeschaltet. Okay, weiter geht's. Starten wir einen neuen Run mit einer neuen Figur. Neuem Seed. Alles random. Neues Glück. Ich gehe jetzt, ohne dass ich irgendwas anbaue, sofort in die Wüste zum Erkunden. Ich habe so festgestellt, das ist eigentlich das Beste. Den ersten Tag einfach nichts anbauen, sondern erkunden. Auch die ganze Nacht durch, weil die können den Bauernhof schon angreifen. Da ist nichts, was die zerstören könnten. Und jetzt einfach mal looten, was geht. Bevor man überhaupt anfängt, anzupflanzen, kommt mir wie ein guter Plan vor, immer. Jetzt bleib halt hier, du blödes Giftfasso. Ähm. Ah, dammit. Jeder Treffer ist halt ärgerlich, ne? Aber manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden. Oh, jetzt kommt ein Schwarm, Büffel, Bienen. Das ist immer gemein, wenn die random mitten unterm Kampf... Die tun nichts, die sind nicht aggressiv oder so. Aber ich kriege halt Schaden, wenn ich die berühre. Und die ziehen halt dann quasi einfach immer so über den Bildschirm in Schwärmen. Und das macht es teilweise dann manchmal echt gemein. Weil das halt einfach ein großer Schwarm von Hitzones ist, die man vermeiden will. Und die kommen halt oft in den ungünstigen Situationen, wo eh gerade überall Schüsse sind. Und man ist eh gerade blockiert. Und dann kommt auch noch so ein Schwarm von diesen Büffel, Bienen. Genau. Und jetzt müssen wir eben nicht mal unsere Pflanzen verteidigen, weil wir haben keine und können einfach noch ein bisschen weiter hier das Ödland erkunden. Und dann haben wir morgen nämlich ein ziemlich gutes Repertoire an Stuff. Gut ist, dass ich jetzt auch noch drei wilde Pflanzen gefunden habe, weil dadurch kriege ich jetzt genug Gold, um mir in der Stadt jetzt nochmal einen zusätzlichen Beutel mit Samen zu leisten. Manchmal findet man nur zwei wilde Pflanzen. Das ist ärgerlich dann. Mit denen kann man nichts anfangen, aber drei ist perfekt. Jetzt stirbt doch! Meine Güte! So, da la. Ich denke, das war es so ziemlich, oder? Ah ne, hier haben wir noch ein Gebiet. Kleines. Naja, okay. Ein paar Treffer haben wir abbekommen, die ich gerne vermieden hätte. Aber ansonsten war das schon ganz gut, glaube ich. Ah, da wäre noch ein, oh, da wäre sogar noch ein gutes Lager, aber das kriegen wir heute nicht mehr geleert. Naja, ja, 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 ja. Schauen wir mal. Für die 30 Gold, die wir jetzt bekommen haben, können wir uns, wie gesagt, einen Samenbeutel noch leisten. Und jetzt geht es zurück auf die Farm. Und jetzt wird erstmal angepflanzt heute. Ich habe zwei Erdbebenschriftrollen. Damit können wir gleich mal hier unser Feld ziemlich groß machen. Und dann bauen wir an. Wo kommt der denn her? Der ist uns verfolgt. Der, der, der kommt aus dem Lager in der Wüste. Wisst du was, da gehe ich jetzt ganz schnell hin. Das Lager, das wir gestern angefangen haben. Wo ist es? Irgendwo da oben war es, oder? Hier ist es. Das ist echt ein bisschen nervig jetzt, weil jetzt bin ich hier, aber wo sind die Gegner? Ah, da! Du fehlst noch wahrscheinlich. Sehr gut, weil da holen wir uns schon noch die Kuh. Okay, jetzt aber schnell zurück. Jetzt aber ganz schnell zurückzufahren. Wir haben da noch viel zu tun. Aber das wollte ich noch schnell erledigt haben. So, guckt euch die Party hier an. Yeah! Wird gleich mal geerntet. So, bei ihr wachsen Pflanzen eben 20% schneller. Und sie startet gleich von Anfang an mit zwei Bienen. Und das, die bestäuben die Pflanzen auch nochmal, bringen auch nochmal einen Bonus. Also ihre Spezialität ist halt, dass die Pflanzen, die man sät, sehr schnell wachsen. Halt, stopp! Den Baum will ich lieber woanders pflanzen. So, alle Samen schon weggepflanzt. Das ging schnell. Und jetzt kommen schon die Gegner. So, alle Samen schon weggepflanzt. Nein, 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 ihr geht weg von meiner Riesenrose. Verdammt nochmal. Autsch! Ah, komm schon, jeder Treffer, den ich... Ich hab grad jetzt wirklich zwei Treffer eingesteckt. Die hätte ich mir sparen können. Die waren unnötig. Das ist immer sehr ärgerlich. Okay, cool. Ja, ein paar Treffer haben wir abbekommen, die hätten nicht sein müssen. Aber ansonsten war das, glaube ich, ein ganz guter Tag heute. Passt schon. Okay, zurück ins Dorf. 117. Wir müssen uns jetzt eine Waffe kaufen, weil der Boss kommt. Es gibt zum Glück zufälligerweise wieder die Gatling. Mit der haben wir im letzten Run schon echt viel Glück gehabt. Und diesmal scheinbar auch wieder. Ich hab zum Glück noch genug, um uns nochmal zwei Säckchen Samen zu kaufen. Und ich hab genug Rosen, um zu flirten. Hier haben wir wieder den hier. Den Boric. Bei Hühnern und Truthähnen besteht eine Chance, von 50% Unkraut in Blumen zu verwandeln. Wie viele Hühner habe ich denn? Habe ich überhaupt schon Hühner? Habe ich einen Huhn? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe zwei Bienen und eine Kuh. Dann bringt mir das gerade nichts, leider. Ich habe... Habe ich zwei Kühe? Ah ja, ich habe zwei Bienen und zwei Kühe. Aber sonst nichts. Ja, dann sparen wir uns die Rosen. Schauen wir mal, ob wir den Boss überhaupt überleben jetzt. Ansonsten haben wir für nichts gespart. So, ich glaube, da jetzt hier echt nicht viel angebaut ist und ich eh Kühe zum Gießen hab, gehe ich mal ein bisschen in das Gebiet hier erkunden. Auch wenn das hier schon echt gut losgeht. Aber wenn wir schon die Gettling haben, ne, dann nutzen wir die jetzt auch. Wir werden mit dem Schwein. Das hilft uns beim Buddeln. Also, das bin ich bereit. Ja, gut, dann gehen wir heim. Meine Güte. Ach so, okay, den machen wir noch schnell. Ah, komm schon. Jetzt muss sich hier von der Seite so eine blöde Biene anschleichen. Muss das sein? Ah, nervig. Wieder ein Treffer, der nicht hätte sein müssen. Aber dafür haben wir einen Geschützturm bekommen. Und zwar einen guten Geschützturm. Jetzt aber schnell nach Hause. Ah, das eine Lager muss ich hier noch ausräumen. Wenn wir schon dran vorbeikommen. Okay, jetzt aber schnell zurück. Ah, da ist ein Loch. Perfekt, rein damit. Okay. Nein! Oh, was habe ich gemacht? Ich habe zweimal A gedrückt. Jetzt habe ich mich hin und wieder zurück teleportieren, dann ist das Loch kaputt. Aber zum Glück bin ich zurück beim Eingang. Ist egal. So, jetzt geht aber leider die Nacht schon los. Okay, okay, okay. Warte mal. Ich planze gleich mal hier unseren Geschützturm. Regenwurm-Boss. Oh, oh. Der ist so schnell, ey. Dem kann man teilweise auch gar nicht mehr ausweichen im Grunde. Guckt euch das an, wie wendig der ist. Ich hasse den so. Ah, ich hasse den so. Er hat uns leider umgebracht. Ich hasse den wirklich so. Der ist so unberechenbar und so schnell. Das ist einer der schlimmsten frühen Bosse im Spiel, finde ich. Ja, machen wir gleich. Schreiben wir gleich ein neues Spiel. Das kann besser laufen. Gleich mit den gleichen Voraussetzungen. Gleiche Figur. Gleiches alles. Ich gehe auch gleich wieder in die Wüste. Vielleicht finden wir coolere Sachen als beim letzten Mal. Ist aber schon auch krass, was die uns hier gleich wieder am Anfang entgegenstellen. Ich komme hier mit meiner Standardspritzpistole rein und dann 100 Skorpione, Käfer, alles mögliche, verhextes Wasser. Keine Ahnung. Okay. Okay. Puh. Das war irre. Das war irre. Puh. Das war knapp. Nein. Warum hat mich denn der noch getroffen? Meiner Meinung nach war der nicht mehr in meiner Hitzone. Aber ich glaube, das Spiel hat schon recht. Ich glaube, meine Meinung ist falsch. Ich glaube, das war ein Headshot. Die Charaktere haben so große Köpfe. Ah, warum das war jetzt gerade. Ich bin so verwirrt. Na ja. Na ja. Ich bin so verwirrt. Ich finde, die Wüste ist heute aber ganz schön aufgeweckt, ey. So viele Kreaturen, die hier rumfläuchen. Ich bin so verwirrt. Also auch außerhalb der Hasenlager, meine ich jetzt. Verrückt. Was hier heute los ist. Ich finde, die wilden, eigentlich wachsen immer irgendwo in der Wüste. Diese zwei oder drei wilden Pflanzen. Leider finde ich die heute nicht. Ah, da sind sie. Perfekt. Die sind nämlich immer gut, wenn man die in seinem ersten Erkundungsrun findet. Die drei wilden Pflanzen. Das habe ich schon gemerkt. Oh mein Gott. Das war leider gerade unmöglich, meiner Meinung nach, hier auszuweichen, oder? Okay, das war's. Ja gut, mein Gott. Wir haben wieder ein bisschen mehr Schaden abbekommen, als ich gern wollte. Aber immerhin haben wir zwei nützliche Tauben und ein paar Samen gefunden. Nicht der beste Haul für den ersten Tag. Für den ersten Run. Aber schauen wir mal, was draus wird. Jetzt kaufen wir uns mal einen Beutel Samen dafür. Und dann machen wir jetzt mal einen Farmtag. Immerhin habe ich jetzt ein Schwein, das mir beim Buddeln hilft. Und ich habe eine Erdbebenrolle. Das ist schon mal gut. Und sechs Spitzhacken. Mit denen kann ich jetzt gleich unsere Farm noch ein bisschen erweitern. Und jetzt kann ich die Samentaube holen, die jetzt alles hier mit random Samen bestäubt oder nicht besamt hat, eher. Und jetzt können wir noch alles düngen. Dünger haben wir nicht so viel, aber immerhin. Und dann kriegen wir hier schon ein bisschen was zusammen. Und dann können wir hier noch ein bisschen was. Das wird schön. Das wird schön. Es fehlt bei ihr halt schon der Geschützturm, den man mit dem anderen Charakter von Anfang an hat, der einen hier ein bisschen mitverteidigt. Gerade am Anfang. Ich habe noch gar keine Kuh fällt mir gerade auf. Manchmal, vor allem wenn die Runs nur so kurz sind wie der letzte, komme ich total durcheinander und meine dann immer, wir hätten noch die Sachen, die wir im letzten Run hatten. Aber das stimmt ja gar nicht mehr. Warum werden denn meine Gegner ab und zu vom Blitz getroffen? Was, was verursacht denn das eigentlich? Das ist irgendein Effekt von irgendwas, das ich aufgehoben habe. Höchst wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Aber ich finde es gut, so ab und zu mal vom Blitz getroffen werden, hat noch keinem geschadet. Oder eben gerade schon. Machen das Pflanzen von mir oder ich verstehe nicht mal, woher die Blitze kommen. Aber das ist, glaube ich, schon was Gutes für mich, diese Blitze. Die tun mir zumindest nicht weh. Oh, oh, Schnecke, weg mit dir. Oh, nein, warum denn? Unnötiger Scheißtreffer. Ich mag das nicht. Wenn das passiert. Meine Güte, jetzt geht's aber rund hier. Okay, 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 überlebt. Irgendwie grad so überlebt. Mann, ey. Wahnsinn. Naja, meine Güte. Okay. Puh. Dammit. Verrückt. Okay, es ist wieder Bosszeit und wir haben kaum Lebensenergie, haben aber immerhin eine Gatling. Auch nicht schlecht. Wir müssen, äh, kann ich mir nicht leisten. Okay. Rosen haben wir auch nicht. Was haben wir denn eigentlich? Nix haben wir. Ach, das ist ja, das ist nicht so gut. Da machen wir das Beste draus. Wenn eigentlich mein Schweinchen da ist, ist es, ich denke mir schon. Oh nein, das hat uns der blöde Maulwurf gekillt. Ach, komm schon. Kein Glück. Ähm, schade. Weil wenn man nicht mal den Frühlings überlebt, kriegt man nicht mal Premium-Währung hier zum Upgraden. Ich will es trotzdem nochmal mit der Figur versuchen, weil die hat Potenzial, so viel Gemüse zu erzeugen. Es ist halt schwerer mit ihr ein bisschen, aber dafür kann man mit der den Output quasi voll maximieren. Ich muss mich jetzt einfach mal voll konzentrieren. Oh nein, das ist nur ein Pfeil mit dem Knut. Ich muss mich jetzt einfach nur ein Pfeil machen. Ah! Ah! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. 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 Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. So, ein Dattelbaum. Für den haben wir momentan jetzt leider keinen Platz. Okay. Verteidigungszeit. Diese Schnecken sind so zäh auch. Das ist schon krass. Nein, Gott. Okay. Ich meine, wir haben immerhin ein Huhn. Das Huhn frisst das Unkraut und macht daraus Eier und eventuell auch Samen für uns oder Dünger. Insofern ist das gar nicht so schlecht. Aber trotzdem ist das noch nicht optimal. Na ja. Schauen wir mal. Das war zumindest gar nicht so schlecht. Über 200. Okay. Aber keine Rosen. Oh, warum habe ich denn keine Rosen eigentlich? Ich dachte, ich habe Rosen angebaut. Na ja. Gut. Diesmal haben wir nicht den Luxus, dass wir eine Gatling für den ersten Bosskampf benutzen können. Dafür geben wir mit mehr Lebensenergie rein. Nehmen wir mal das Stöpselgewehr. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das passt schon. Das leveln wir gleich noch ein bisschen hoch. Und los geht's. Ich dachte wirklich, ich hätte Rosen gepflanzt. Sogar einige. Ah, die sind noch nicht gewachsen, glaube ich. Das ist einfach das Problem. Aber immer das Boll. Oh, ich habe Tchaelschlokopf. Das war ein bisschen gar nicht so schlecht. Am erste Boll. Hebratinnen und monumentärия Zahl. Auf, ich habe. Webbeminale das Besten für dich 버 PROFILE im Plan. Es ist Porque hier ist das Boll. Aber Fl터� M格 hat Brüger! Jetzt komm halt aus dem Boden, du blöder Maulwurf. Damit ich dich wegschießen kann. Wäre das nicht für uns alle gut? Jetzt kommen wir natürlich raus, wo ich weggehe. So, der La. 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 Das ist schon eine gute Idee. Und wie gesagt, ich produziere Videos vor und habe auch schon welche vorproduziert, damit die zwei Wochen trotzdem noch einigermaßen gefüllt sind mit Videos. Okay. Wir haben jetzt 200. Und wir haben sechs Rosen. Mal schauen, ob wir flirten können. Der Insektenvertreter nutzt deine Energie länger. Finde ich langweilig. Und einfach nur einen Samen für eine Herzrübe. Finde ich auch langweilig. Weder Hasenkerl noch Insektenfrau werden heute angeflirtet. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann kaufe ich lieber... Ich glaube, ich kaufe das da. Eine Taubenschriftrolle. Das ist ziemlich gut. Die erste deiner vier Wochen Urlaub. Das ist cool. Ich habe auch überlegt, wie lange ich Urlaub machen soll. Aber ich mache jetzt mal eben zwei Wochen und schaue, dass ich da ein bisschen abschalten kann. Und wenn es wirklich ist, dann hänge ich halt noch ein bisschen was dran. Beziehungsweise mache ich dann halt vielleicht mal eine Woche, wo ich dann wieder sehr viel produziere und teile das auf zwei Wochen auf, damit ich dann noch mal eine Woche machen kann, ohne dass großartig Content dabei verloren geht. Irgendwie so. Ach ja, genau. Ich habe ganz vergessen. Wir müssen zur Bürgermeisterin. Das ist richtig gut. Jetzt schauen wir mal, was wir alles kriegen. Erhöht den Schaden und den Rückschlag von Geschütztürmen und Drohnen. Naja, haben wir beides noch nicht, aber gut zu wissen. Einen Rosensamen, einen Herzsamen. Was ist denn das? Bienenbewässern Pflanzen. Oh, das ist ja nice. Meine, meine Figur hier ist voll auf Bienen spezialisiert. Der hat von Haus aus zwei Bienen und die bewässern jetzt. Wir brauchen keine Kühe mehr. Und wir kriegen eine Drohne, die mit uns kämpft. Geschenkt noch. Und ganz viel Füllhörner. Ja, das ist, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Ich habe unsere Rosen jetzt hier bei dem Händler ausgegeben. Traktor können wir uns nicht mehr leisten, aber ist egal. Okay, auf auf die Farm. Jetzt können wir, glaube ich, hier ganz schön ein Riesenfeld machen. Ein Riesenfeld mit Riesenblumen. Jetzt verbrauche ich mal unsere ganzen Spitzhacken, die ich gekauft habe, extra für den Anlass. Okay, und jetzt wird das ganze leere Feld hier oder so ziemlich leere Feld hier. Moment. Durch eine Taube bepflanzt und durch eine zweite Taube gedüngt. Sehr gut. Alles maximal bepflanzt, maximal gedüngt. Das ist gut. Jetzt müssen wir uns nur ums Gießen kümmern, aber das sollen ja jetzt angeblich auch meine, meine Bienen machen, ne? Okay, wir haben zwei Riesenkartoffeln geerntet schon mal. Das ist gut. Und einen Riesen-Maiskolben. Mein Gott, bei der wächst alles so schnell im Vergleich zu dem anderen Charakter, den wir am Anfang hatten. Das ist schon irre. Ja, der ist gut. Das ist gut. Der ist gut. Sollte mich nicht und schade. Das ist gut. Aber wie ist das? So, da la. Das ist doch nicht schlecht jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen, lohnt es sich noch, dass wir auf eine Expedition aufbrechen, aber ich würde sagen, nein. Los geht's. Die Invasion der Hasen. 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 Schade! Leider haben wir nicht mal Schweine. Aber ja, ist ja egal. Oh! Nein, kann ich mir nicht leisten. Schade. Ich kaufe mal die Samen. Aber ich pflanze die nicht ein jetzt. Ich gehe jetzt heute wirklich kompletter, kompletter Expeditionstage. Ich habe nicht vor, nachts heimzukommen. Dann essen sie den Baum, wenn ich nachts nicht heimkomme. Na gut, vielleicht komme ich nachts doch heim. Und pflanze da schon die ganzen Pflanzen an, während ich sie verteidige. Huhn! Samen. Noch mehr Samen. Die Drohne hat schon ganz schöne Durchschlagspower, ne? Ich schieße da so mit meiner kleinen Spritzpistole und es passiert kaum was und dann schießt meine Drohne. Leider nur selten, aber wenn, dann halt gleich so bam. Meine Güte, Hilfe. Breizüberflutung. Äh, Huhn. Dadurch, dass ich diesen Unkraut Wachstumsmodifikator hab, sind mehr Hühner quasi dann echt sehr gut. Dann bringt mir das Unkraut nämlich sogar was, wenn ich genug Jumpe die das wegessen. Manchmal schlüpft aus Eiern etwas. Okay, interessant. Vor allem, weil da etwas steht. Ich bin gespannt, was... Au, au. Nein, nein! Den zweiten Treffer hätte ich mir so sparen können. Das ist ärgerlich. Ich habe es noch gesehen, aber meine Motorik hat nicht mehr reagiert so schnell. Bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Die Reaktionszeit wird halt jedes Jahr länger. Warum nicht ein Schwein? Komm, kann uns ein bisschen beim Buddeln helfen. So, das Lager würde ich gerne... Oh, es ist ein friedlicher... Jawohl, es ist ein friedlicher Mondtag. Nacht. Gedingend. Oh, ähm, äh, ich glaube, ich soll schnell zurück zur Farm. Es ist nämlich, glaube ich, nur auf meiner Farm friedlich. Alles andere ist anscheinend... Das wusste ich auch nicht. Verrückt. So, jetzt müssen wir leider erst ganz viel Unkraut jäten hier. Bevor ich anpflanzen kann. Hi, NetGhost, wie geht's? Mein Gott, das Unkraut wächst hier so schnell. Ich weiß echt nicht. Ich bräuchte eine Million Hühner und Truthähne und alles, um das wegzukriegen in der Geschwindigkeit, wie das wächst. Aber zum Glück haben wir jetzt wenigstens eine ruhige, friedliche Nacht und können uns jetzt ein bisschen noch um die Farm kümmern. Ist gerade aus einem Ei eigentlich noch ein Huhn geschlüpft? Habe ich jetzt noch mehr Hühner? Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ich kann eh unendlich viel Hühner brauchen. Es gibt keinen Zeitpunkt, glaube ich, wo ich sage, okay, jetzt haben wir genug Hühner. Weil das Unkraut wuchert ohne Ende. Ich bin mir nicht mehr Hühner. Okay, das war leider unsere ruhige Nacht auch schon wieder. Aber wir haben ganz gut was noch geschafft, würde ich sagen. Die Farm ist jetzt gut aufgeräumt, gut vorbereitet. Geerntet haben wir nicht mehr so viel, aber morgen ist ein großer Farm-Abräum-Tag. Oh, morgen ist aber auch Boss-Fight-Tag, glaube ich, ne? Wir haben nicht so viel Kohle gemacht. Wir müssen uns unbedingt eine Waffe kaufen. Die hasse ich. Die ist, naja, die ist ganz okay. Ich habe zwei Rosen, mit denen kommen wir, befürchte ich, auch nicht weit. Naja, in dem Fall kaufe ich jetzt hier tatsächlich so einen Rübensamen, so einen Herzchensamen. Damit wir ein bisschen Lebensenergie regenerieren können vor dem Bosskampf. Unsere Waffe ist jetzt auch nicht die allermächtigste, leider. So, die Farm wächst jetzt, sehe ich, habe keine Samen. Ich gehe noch mal in die Steppe hier. Schauen wir mal noch mal, ob wir noch irgendwas Gutes plündern können, vielleicht. Mit unserer automatischen Shotgun. Das Pflücken von Rosen verlängert den Tag. Grundsätzlich nicht schlecht. Gib allen Freunden Energie, wenn du Energie erhältst. Okay. Ein Pilz. Ein Turbopilz. Ähm, okay. Oh, ein paar Blaubeeren, auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Ein paar wilde Blaubeeren. Hey, ein Traktor, der unser Feld erweitern kann. Immer wieder mal. Immer wieder mal können wir den jetzt benutzen. Der muss sich mal aufladen. Und dann kriegen wir ein neues Feld für unsere Farm. Naja, bringen wir mal heim, was wir gelootet haben, würde ich sagen. Uuuuuaahhhhhh. Sehr gut. Unser Schwein hilft uns beim Buddeln. Das ist gut. Da war gerade unser Bohr-Traktor. Okay, es ist soweit. Boss kommt. Ich weiß nicht, ob ich für den bereit bin. Naja, schauen wir mal. Ah, die Sonne ist schon wieder. Nein. Und wir haben quasi eine Nahkampfwaffe. Das ist gefährlich. Wo ist sie denn? Ich finde die Sonne nicht mehr. Hörst du auf, meine Pflanzen anzuzünden, bitte? Ich habe die Sonne wütend gemacht. Oh mein Gott. Zum Glück dreht sie um. Au, 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 au. Yes. Die Sonne ist weg. Das war ziemlich verrückt. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Und ich wurde nur einmal getroffen. Cool. Cool. Nur ein Herzchen verloren. Bis jetzt. Bis jetzt. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Okay. 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 So, bringen wir die Farm noch ein bisschen auf Vordermann für morgen. Naja, gut. Passt. Ja, ich glaube, irgendwie gibt es hier mehrere Sonnen oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich meine, vielleicht erleuchtet auch die Sonne schon lang nicht mehr die Welt hier, sondern nur noch radioaktive Strahlung einfach. Von den Atombomben. Fünf Rosen. Mal schauen, was habt ihr denn im Angebot? Pflanzen in deiner Nähe wachsen viel schneller. Das klingt schon gut. Gehen wir erstmal zur Bürgermeisterin. Ich vergesse das immer. Nach jedem Bosskampf. Bürgermeisterin besuchen. Okay. Ja, ich vergesse das immer. Das ist immer toll. Schon allein, weil es da eben den mit Abstand größten Button übergreifende Run-Währung gibt, quasi. Mit dem man permanente Upgrades kaufen kann. Das ist toll. Hallo, Freckstar. Wie geht's? Okay. Und wir uns mal unser Zeug. Was kriegen wir denn? Beim Gießen von Pflanzen verlieren Gegner in der Nähe die Hälfte ihrer TP. Okay. Warum nicht? Brücken, Reparatur, Sintrosensamen, Herzsamen. Erhalte Energie, indem du Gegner töst. Okay. Das ganze Zeug. Und noch eine Biene. Wir haben ja immer noch den Bonus, dass Bienen Pflanzen gießen können. Das ist cool. Das ist cool. Gib allen Freunden maximale Energie, wenn du Schaden erleidest. Ein Geschützturm. Hm. Geschützturm. Wäre vielleicht schon nicht schlecht, so ein Geschützturm. Aber andererseits kaufe ich jetzt... Nee. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich kaufe. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal die Samenbeutel hier, die beiden. Und dann kaufe ich das hier. Ich habe jetzt das gekauft, dass meine ganzen Freunde Energie bekommen. Also diesen Energiemodus, diesen Supermodus, wenn ich Schaden kriege. Ich glaube, das ist ganz gut. Und jetzt kaufen wir uns noch ein Herzchensamen. Dann habe ich drei Herzchensamen. Dann können wir uns noch hochheilen und sowas. Okay. Ach, Fallout Online hast du wegen Dittles Plays angefangen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Aber das ist so böse, das Spiel. Dadurch, dass wirklich alles möglich ist, machen Spieler auch alles. Aber es ist schon ein sehr cooles Projekt. Das ist schon ein Jahrhunderte her, dass ich das mit meinen Freunden damals gespielt habe. Also bestimmt zehn Jahre kann das sein. Ist das schon so alt? Es fühlt sich so an, als wären es mindestens zehn Jahre. Ich glaube, sieben Jahre müssen es sein. Wenn nicht sogar mehr. Ja. Naja. Lange auf jeden Fall. Das war es schon. Ich dachte, ich hätte wirklich mehr Samen. Ich bin gerade total erstaunt, dass das schon alle Samen, Naja, aber ich habe noch eine Samentaube. Im Endeffekt muss ich jetzt nur das, was ich gerade angepflanzt habe, ein bisschen wachsen lassen. Und dann lasse ich einmal die Anpflanztaube noch über unser Feld fliegen. Dann haben wir nochmal eine volle Ladung Sachen. Oh, der hat mich getroffen. Oh, jetzt sind alle meine Freunde im Energy-Modus. Und sind jetzt total irre. Und ich check leider nichts mehr. Okay, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Weil das kann schnell mal zum Nachteil werden, wenn man jede Übersicht verliert hier. Oh mein Gott. Okay, na gut. Äh, Taube. Jawoll. Sehr schön. Ein prall gefülltes Feld. Wir sind vollständig geheilt. Das sieht doch gut aus. Okay, los geht's. Verteidigen wir das Feld. Autsch. Ich bin voll reingelaufen. Ich trottel. Aber jetzt ist meine Drohne dafür im Aggro-Modus auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Ey, wenn meine ganzen Begleiter im Turbo-Modus sind, weil ich getroffen werde, dann ist das schon irre, wie schnell alles wächst und wie viel Eier rumliegen und wie das Schwein alles weggräbt und so. Das ist schon cool. Nein, aber trotzdem sollte es bitte nicht die ganze Zeit passieren. Nein, ich will jetzt nicht mehr getroffen werden. Bitte keinen Schaden mehr nehmen. Es wuselt zu viel auf dem Bildschirm. Ich krieg's nicht mehr... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich seh nicht mehr, was Projektile sind und was meine Verbündeten sind. Okay. Das war verrückt. 1.600 Gold. Damit muss man doch was anfangen können. Aber nur zwei Rosen. Damit können wir nicht viel anfangen. Ich glaube einfach mal Samen. Und ehrlich gesagt. Weiß ich sonst nicht was wir kaufen. Die Büchse. Die Donnerbüchse mag ich nicht. Und die fliegende Eichhörnchenwaffe auch nicht. Und insofern steigen wir einfach ein. Und los. Und schon sind wieder alle Samen weg. Ich könnte jetzt eigentlich noch mal eine Expedition machen. Aber ich trau mich ehrlich gesagt fast nicht. Ich hab Angst, dass wir voll sterben. Aber ich repariere jetzt die Brücke. Gehen wir ein bisschen ins Schneegebiet. Ganz vorsichtig. Und holen uns ein Schwein. Nein. Ah, getroffen. Ich wusste es. Wir wurden getroffen. Nein. Jeder Treffer ist wirklich, wirklich nicht gut für uns. Diese Brücke. Was ist das? So kann ich meinen Traktor benutzen, so. Tatsächlich, da ist gerade ein Huhn aus dem Ei geschlüpft, ne? Jetzt habe ich noch einen Huhn mehr. Mein Gott, ich glaube, ich habe schon viele Hühner jetzt. Aber ich brauche eh viele Hühner. Wenn ich jetzt noch irgendwie so einen Bonus kriegen würde, dass Hühner irgendwie schießen können oder irgendwie sowas in der Art, das wäre Hammer. Mit meiner Hühnerarmee hier, die würden den Hof ganz schön verteidigen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich kenne das für Kühe und für Schweine. Ich weiß nicht, ob es auch schießende Hühner gibt. Mein Gott, du blöder Sniperhase. Mensch. Ach ja, jetzt traut er sich auf einmal wieder. Oh, meine Farm wird hier weggemampft. Ich meine, ich habe die eh sehr ordentlich abgeerntet vorher, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, oder? Hey, die Nacht überstanden. Ach ja, schön. Die Melodie aus dem Diablo 2 Jägerinnenlager. Ja, die habe ich nicht im Ohr, leider. Das weiß ich nicht. So, es ist Bosszeit. Wir haben entweder die Waffe, die ich hasse, oder die Waffe, die ich hasse, zur Verfügung. Hm. Schwierig, schwierig. Ah, das ist wirklich... Ich finde die beide furchtbar. Beides furchtbare Waffen. Aber ich nehme lieber die Donnerbüchse und level die ein bisschen hoch. Ah ja, komm, YOLO. Machen wir noch ein Level drauf. Dann über den Bosskampf auch. Weil die Waffe ist wirklich nicht gut, finde ich. Dann soll die wenigsten zu gut wie möglich sein. Naja, weiter geht's. T-Bone, danke doch mal für die Bits. Voll nett von dir. Voll cool. So, im Endeffekt müsste ich jetzt fast nochmal eine Expedition machen, damit der Tag nicht komplett verschwendet ist. Okay, jetzt so hochgelevelt, dass die so dreifach schießt, ist irgendwie schon ganz nett. Aber ich finde die einfach nicht sehr mächtig. Schauen wir mal, ob die jetzt hochgelevelt vielleicht gut ist. Ich habe mit der keine guten Erfahrungen gemacht. Naja, doch. Aber mir... So eine Gatling oder die vollautomatische Pumpgun sind mir einfach immer lieber als das hier. Die ist so ein bisschen unberechenbar. Und hilft nicht gerade bei der Lesbarkeit von dem, was auf dem Bildschirm passiert. Wert Kugeln ab, oder? Geht doch mal weg, Projektil. Ich muss das lesen. Schoß beim Gießen von Samen Dünger zu erhalten. Na, keine Ahnung. Werden wir lieber mit einer... Mit einem kleinen Flaschenkürbis ein paar Projektile ab. Wenn wir Glück haben. Okay, gehen wir zurück. So viel Sonnenblumen zu machen, wie es ich gerade gemacht habe, macht überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht genug Dünger hat. Sonnenblumen funktionieren nur, wenn man denen viel, viel, viel Dünger gibt. Die habe ich jetzt ziemlich verschwendet. Aber andererseits... Pfff... Pfff... Mir doch wurscht. Okay, es ist soweit. Bin gespannt, wer es ist. Ah, Riesenpilzgeschwätz. Geschwätz? Geflecht schon wieder. Ich weiß nicht, ob da die Waffe, die wir haben, vielleicht nicht mal... Vielleicht sogar gut ist. Ne, weil die kann genauso schwärmen, wie er schwärmen kann. Ausschwärmen. Vielleicht ist das eine ziemlich gute Pilzbekämpfungswaffe. Das ist das, was wir sehen. Um Himmels Willen! Was passiert hier eigentlich gerade? Autsch, ich wurde getroffen, verdammt! Mist, 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 Mist! Ich wurde viel zu oft getroffen, viel zu oft, aber geschafft haben wir's! Das Feld wurde auch ein bisschen beschädigt, aber wie gesagt, geschafft haben wir's! Gut, 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 dann können wir jetzt nämlich nochmal zur Bürgermeisterin! Ja, aber die Waffe-Upgrades waren nicht schlecht, ne? Normalerweise schießt es ein kleines Kügelchen vorne raus und ich find die immer super nutzlos, aber mit diesen Upgrades doch, da geht's! Da kann man die benutzen! So! Ja, so! Ja! Ja! Ja, so! Ja, so! Ja, so! Perfekter Herbst! Was will man mehr?! Erhöht die Landwirtschaftswerte um zwei. Reparaturkipfelbrücke, Rosensamen, Herzchensamen, ein Kolibri! Ich glaub, ein Kolibri ist einfach nur eine Biene. Ist einfach ein anderer Skin. Oh, ein grasgefütterter Büffel, eine Kuh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die macht. Die sieht einfach aus wie eine dicke Kuh. Mal schauen, was wir bei unseren Fremden hier kriegen. Ein Herzchensamen und erhöht die Reichweite von Geschütztürmen und Drohnen. Na gut, ich habe nur eine Drohne. Ich weiß nicht, ob sich das da unbedingt lohnt. Oh, guck mal, mein Bienen- und Kolibri-Schwaben. Cool. Ich kaufe mal die Samen auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kaufe das hier. Weil jetzt... Naja, warum nicht? Weil jetzt ist es quasi so, wenn ich das richtig verstehe, dass, weil ich nur noch ein Herz habe aktuell und wir werden jetzt wahrscheinlich auch bald sterben, sind aber jetzt alle meine Begleiter permanent unter Energie. Das heißt, die sind im Power-Modus und drehen komplett durch. Und das könnte uns vielleicht helfen. Vielleicht verwirrt es mich auch so sehr, dass wir sofort sterben. Kann sein. Ich meine, guckt euch das an, wie die wuseln. Aber schauen wir mal. Okay, alle Samen gepflanzt und auch fast schon wieder abgeerdet, weil meine Begleiter einfach absolut irre sind. Oh, Himmels Willen. Das ist schon echt cool. Die Hühner fressen das Unkraut weg. Ohne Ende. Überall Eier. Die bringen mir auch Dünger ohne Ende. Äh, Samen meine ich. Das ist zwar gerade sehr verwirrend und ich muss mich echt konzentrieren, dass ich da noch mitkriege, was passiert. Vor allem, weil halt auch Projektile von Gegnern durch die Gegend fliegen, denen ich ausweichen muss. Aber das ist grundsätzlich schon echt ziemlich cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Oh, Himmels Willen. Was für ein Gewusel. Ist das nicht schön irgendwie? Aber auch sehr verwirrend und schwierig. Alles gleichzeitig. Oh, meine Güte. Okay, die Verteidigung beginnt. Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt ums Töten kümmern. Und ums Ausweichen vor allem. Ums Überleben hauptsächlich. Weil auf der Farm steht gar nicht so viel. Da gibt es nicht so viel, was die wegessen können. Ein Baum vielleicht. Oh, was sie hiermit gemacht haben. Oh, danke, Achievement. Aber das ist gerade sehr ungünstig. Das hilft mir gerade wenig. Dass du den halben Bildschirm verdeckst. Um Himmels Willen. Das ist jetzt nämlich auch, weil auf meiner Farm nix mehr steht, was die Schnecken und die Fliegen essen könnten, schießen die jetzt auch auf mich. Die ignorieren den Spieler eigentlich komplett, solange es was auf dem Feld gibt. Aber wenn das am Feld alles weg ist, dann... Oh, wir haben es überlebt. Dann ist der Spieler dran. Und die Hühner haben ungefähr eine Milliarde Eier gelegt. Und ich glaube, aus denen schlüpfen gerade nochmal... Oh mein Gott, wir haben... Wir haben die Hühner... Die... Die Hühner-Kalypse ausgelöst. Wie hieß das bei Dwarf Fortress? In der frühen Version von Dwarf Fortress gab es da irgendwie... In den... In den Berechnungen noch irgendwie so einen... So einen Fehler im Grunde. Von Katzen. Weil bei Dwarf Fortress ist ja das Besondere, dass quasi da einfach wirklich nur jedes Lebewesen seine Attribute und seine Verhaltensweisen hat. Und seine Affinitäten und seine Abneigungen. Und dadurch agieren die dann mit der Umwelt und mit anderen Kreaturen quasi. Das ist so ein ganz dynamisches, freies System. Das ist total cool. Aber dadurch kann man halt auch oft nicht prognostizieren, was passiert. Und bei Dwarf Fortress kam es dann lange zu der sogenannten Cat-Splosion. Wenn man irgendwie, ich glaube, zu viel männliche Katzen oder so mitnahm, dann passierte quasi diese Cat-Splosion. Ab einem gewissen Punkt hat sich dann die Katzenpopulation in deinem Zwergendungeon quasi exponentiell vermehrt. Und am Anfang geht's noch. Da fällt's einem nicht so auf. Aber wie das halt so ist mit exponentiellen Wachstum. Auf einmal, bam, hat man Millionen von Katzen. Und man kriegt die auch nicht mehr weg dann. Die Cat-Splosion. Ungeziefer finden die immer. Ja, aber genau. Und so ein bisschen ist das jetzt, glaube ich, mit meinen Hühnern. Die Chicken-Splosion haben wir da. Auf meiner Farm jetzt. Ja, jetzt gibt's keinen Traktor-Händler. Sonst könnte ich mir jetzt einen neuen Traktor kaufen. Rosen haben wir leider nicht so viel. Wir haben halt keine Lebensenergie. Mich wird jetzt demnächst garantiert irgendwas treffen und dann war's das. Vor allem, weil überall Hühner rumwuseln. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas hätte, das Hühner schießen könnten, dann wären wir überm Berg. Dann hätten wir's durchgespielt, glaube ich. Aber so... Es ist einfach nur irre und verwirrend. Aber schauen wir mal. Ich tue, was ich kann. Ich guck da jetzt an, das Gemüse, das ich pflanze, ist instant fertig, teilweise, manche. Ich müsste eigentlich gar nichts mehr anpflanzen, ne? Die Eier alleine reichen schon. Ich weiß wirklich nicht, wo diese Blitze herkommen. Ich hab nix gelesen von irgendwie Blitze werden generiert, wenn... Aber irgendwas schießt Blitze auf meine Gegner und zwar nicht wenig. Mein Gott, diese Eier. Wenn das Oliver Kahn sehen würde, dann könnte er endlich sagen, jetzt haben wir genug Eier. Schön. Endlich wäre sein Lebenstraum von mehr Eiern erfüllt. Mein Gott, ich check überhaupt nix mehr. Wirklich. Ich check überhaupt nix mehr. Ich find's super. So, jetzt müssen wir auch noch verteidigen. Na super. Ich versuch einfach... Ich lauf wieder im Kreis, versuch zu überleben. Ich pflanze hier extra noch Pflanzen an, nur damit die Würmer und so abgelenkt sind. Und jetzt Action. Ich versuch einfach... Das war's für heute. 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 Schnell unsere ganzen Spitz hacken, um hier das Feld auch zu maximieren, quasi. Und dann benutze ich unseren super Taubenbonus, den ich bekommen habe. Der jetzt das komplette Feld erstmal mit Samen bedeckt. Das ist schon mal gut. Ein guter Anfang. Wir haben leider keine Kuh. Das heißt, ich komme jetzt wahrscheinlich mit dem Gießen nicht hinterher. Ah, und ich hätte unseren Traktor benutzen können. Da denke ich immer nicht dran. Den hätten wir auch noch, ne? So, ich muss jetzt im Grunde in der Nähe bleiben, um das alles zu gießen. Man könnte jetzt auch eine Expedition machen, während das wächst. Aber hilft ja nichts. Ohne Wasser wächst da nicht viel. Okay. So, es tut mirver. So, es ist einfach catching er los. So, wir brauchen einfachen. Sehr schön. In fünf Sekunden beginnt die Nacht. Ich schau mal, dass ich noch so viel wie geht hier einpflanze. Die Sonnenblume hätte ich mir wieder sparen können. Egal. Die Sonnenblume hätte ich mir wieder sparen. Die Sonnenblume hätte ich mir wieder sparen. Dann schieße ich Hasen weg, schneide Gras und gieße die Pflanzen gleichzeitig. Kein Problem für unsere Hauptfigur hier. Oh, was hat mich denn jetzt getroffen? Verdammt, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Leider. Shit. Ärgerlich. Die Sonnenblume hätte ich mir wieder sparen. Ich habe mich überrascht. 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 Ersterd Kai. Ich habe mich überrascht. Verstehe es mir wieder sparen. Ich glaube, wir haben dafür, dass er gar nicht so aufs Pflanze anbauen und soisticalisiert, also eine gute Ernte gehabt. Erstens. So, komm wir mal. Naja, immerhin über 100. Das ist in der ersten Runde dann immer ganz, ganz gut. Es ist schon Bosszeit. Stimmt, wir müssen uns ein Gewehr kaufen. Ja. Ich, ich, ach. Beide, beide nicht meine Favoriten. Die hat halt überhaupt keine Reichweite und streut wie die Hölle. Dafür kann man, dafür braucht sie keine Munition. Das ist ganz nett. Aber im Endeffekt, nee. Naja, schauen wir mal. Kommt jetzt auf den Boss drauf an, gegen den wir kämpfen müssen. Wenn es der Wurm ist, können wir quasi schon aufhören. Den Wurmboss mit der Waffe, nee, danke. Okay, hier müsste zwar alles gegossen werden, sonst wächst's nicht. Aber ich muss jetzt erkunden gehen, weil... Das bringt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit nur rumstehe und gieße. Wir müssen gucken, dass wir eine Kuh kriegen oder irgendwelche anderen Bonis, die uns da helfen. Sonst komme ich aus dem Gießen nicht mehr raus. Dann bin ich in einem Teufelskreis des Gießens gefangen. Wir brauchen eine intelligente Gießlösung. Vielleicht haben wir Glück und... Ah, wir finden die heute und werden nicht von kleinen Fledermäusen gekillt. Das wäre ideal. Ich mag die einfach nicht, diese kleine Maschinenpistole. Sag mal, warum ist hier eigentlich gar nichts? Das ist alles hier oben, ich verstehe. Oh, um Himmels Willen! Ah! Kuh! Kuh ist gut. Kuh kann gießen. Kuh ist cool. Oh, oh, ich muss zurück. Habe ich gerade irgendwie den Boss ausgetrickst? Ah ja, der muss jetzt echt... Oh nein, es ist der Wurm. Ja, mal schauen. Ich versuche es mit dem Umkreisen-Trick, den wir letztes Mal benutzt haben. Der hat ganz gut funktioniert. Aber da hatte ich auch eine Waffe mit ein bisschen mehr Reichweite. Na, ich will es nicht verschreien, aber es sieht gut aus, ne? Ich glaube, umkreisen ist tatsächlich eine gute Idee bei dem Boss. Dadurch, dass der so groß und so schnell ist, war für mich der erste Impuls immer Abstand halten. Aber in Wirklichkeit ist nah dranbleiben sogar und umkreisen. Eine ziemlich narrensichere Taktik sogar. Das ist cool. Gut zu wissen. Der hat mich wirklich gestresst. Na, guck. Halb so wild. Wenn man weiß, wie. Ich bin, ich bin, ich bin. Okay. Mal, was jetzt uns noch erwartet. Nutzen wir die Zeit, um unsere Farm hier noch ein bisschen in Ordnung zu bringen. Die paar Sekunden, die wir noch haben. Okay. Cool. Geschafft. Auf zur Bürgermeisterin. Ich bin gespannt, wie viel wir gesammelt haben an Geld insgesamt, weil bei ihm kann ich es immer nicht einschätzen. Bei ihr, bei der Startcharakterin, bei der Standardcharakterin, die man hat, hat man eigentlich immer ziemlich viel Gemüse gesammelt, aber er ist so ein lahmarschiger Sammler. Er ist halt eher der Kämpfer. Deswegen kann ich es echt immer nicht einschätzen. Ja. Perfekt. Mehr als genug. Ausgezeichnet. So, Brückenreparatur-Kit. Altes Unkraut wird zu Blumen. Okay. Blumen kann man sammeln. Dadurch wird Unkraut quasi was wert. Warum nicht? Warum nicht? Hey Bowser, danke fürs Folgen. Schön, dass du mit dabei bist. So, Rose. Herzamen. Eine Biene kann man immer brauchen. Ein zweiter Geschützturm nehme ich. Lauf schneller. Finde ich zwar nicht schlecht, aber da schauen wir mal, was sonst so rosenmäßig im Angebot ist. So. Ein Herzamen. Hey Deathbirds, danke fürs Abonnieren. Juhu, endlich mal selbst bezahlt. Hast du es sonst immer geschenkt bekommen? Coolio, vielen Dank. Super freundlich von dir. So, warte mal. Was war da? Erhöhter, erhöhter Kampf, erhöht die Kampfwerte um 2. Oh ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Chance, dass Waffe am Ende des Tages nicht kaputt geht. 51 Prozent. Warte mal. Hier. Erhöht Schaden und Bewegungstempo. Ah ja, gut. Das nehmen wir. Okay. Okay. Jetzt ist unser Schaden- und Bewegungstempo höher quasi dadurch. Na dann. Na dann. Na gut. Wirst du was? Sparen wir uns das übrige Geld und gehen wieder zurück. Okay. Los geht's. Äh. Hier. Nein, nicht die Sonnenblume. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wenn man keinen Dünger hat, macht's überhaupt keinen Sinn, eine Sonnenblume zu bauen. Aber ich pflanze einfach immer alles, was halt so, ne, als nächstes in der Liste steht. Nein, jetzt hat mich der getroffen. Ah. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Naja, kann man nix machen. Die Geschütztürme schießen fleißig. Das ist schön. Muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Ich glaube gerade, da, das muss ich mal nach, das sind so die Feinheiten, aber ich glaube gerade die Herzteile und die Rosen, die wirklich so besonders wertvoll quasi sind, sollte man sehr gezielt anpflanzen. Weil wenn man die nebeneinander anpflanzt und dann auch noch düngt richtig, dann werden die größer und wertvoller. Und ich glaube, da müsste ich echt besser drauf achten in Zukunft. Aber wie soll ich denn das auch noch machen? Neben gießen und kämpfen und graben und Unkraut jäten, soll ich dann auch noch aufpassen, wo ich meine Rosen und wo ich meine Herzen anpflanze. Um Himmels Willen. Aber ich glaube, das kommt mit der Routine ein bisschen. So, verteidige deine Pflanzen. So viel Pflanzen haben wir gar nicht zu verteidigen, ehrlich gesagt. Aber gut. Oh, eine Herzrübe hat einer von den Gegnern gedroppt. Das ist nett. Ich muss sagen, hier so fürs Hasen bekämpfen ist die vielleicht doch gar nicht so schlecht. Meine Geschütztürme verteidigen hier auch schön. Passt. Was will man mehr? Ist halt cool, weil ich mit der durchgehend schießen kann. Das ist schon angenehm, muss ich sagen. Wenn man nicht dauernd darauf achten muss, dass man die Munition hat, weil die muss ich dann erst wieder aufladen und wie es bei den meisten anderen Waffen ist. Und hier bleibt man einfach drauf und bolzt durch. Das ist schon auch schön. Okay. Das war wirklich nicht so schwer. Ach ja. Ein tolles Spiel. Gefällt mir echt gut. Ich finde das echt super. Waffe repariert. Cool. Die dürfen wir uns nochmal behalten. Nächstes Mal ist kein Boss da. Ich glaube ehrlich gesagt, unser Feld ist fast leer. Da steht kaum was. Wir haben sogar Geschütztürme zur Verteidigung. Ich mache eine Expedition. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ihr Unkraut wächst und breitet sich schneller aus. Will ich nicht. Wie wird diese Karotte in diesem Pentagram-Sufa? Ich frage mich nur, was Ruh mit der Karotte vorhat. Deine Liebe kennt keine Grenzen. Was bedeutet das? Ich nehme es. Ich kaufe es mal. Okay. Unsere Liebe kennt keine Grenzen. Polygamie. Keine Ahnung. Ich kann ja sowieso mit allen hier flirten. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied machen soll. Naja. Wer weiß. Ich gehe jetzt mal Welten erkunden. Ich glaube, wir waren noch nie unten, oder? Gehen wir mal nach unten. Es gibt übrigens sogar nochmal Welten hinter den Welten, in die ich immer gehe. Aber die sind so super schwer. Da traue ich mich nicht hin. Und man braucht ja immer gleich zwei Brücken Reparatursätze auf einmal. Die muss man auch erstmal zusammensparen. Es ist halt eine sehr chaotische Waffe, Mensch. Sie ist halt auch nicht sehr zuverlässig. Das ist halt doof. Kann halt sein, dass ein Gegner vor dir steht und du schießt links und rechts daneben, wie so ein Trottel, eine Viertelstunde lang. Das ist halt echt doof. So, was haben wir hier? Geschütztürme bewässern, pflanzen in der Nähe. Super gut. Alle Waffen feuern Metzger. Das gefällt mir beides. Ich nehme Geschütztürme bewässern. Ah, diese Alice im Wunderland Katze ist ein ziemlich mieser Gegner. Und jetzt ist er ein toter Gegner. Oh Gott, was ist das denn für ein Gegner? Den kenne ich nicht. Gut, dass er tot ist. Ich will gar nicht rausfinden, was der machen würde, wenn er länger lebt. Oh, ich glaube, unsere Farming-Stats wurden gerade verbessert dadurch. Okay, cool. Ich habe dem gerade ganz viel Dünger geopfert, der Statue. Fand die anscheinend gut. Oh, es ist freundlicher Nachtmond. Das ist gut. Wir müssen jetzt nur ganz schnell heim. Zum Glück habe ich den Bohr-Traktor. Weil jetzt können wir hier eine gemütliche Nacht mit unserem Feld verbringen. Und auf ein paar Geisterrüben schießen, die uns super viel Samen und Stuff bringen. Das ist immer gut. Wenn ich an die rankomme mit meiner Kurz-Reichweiten-Pistole. Oh, ganz schön viel Dünger. Schön. Gut, dass ich jetzt wenigstens ein Huhn habe, dass ich ein bisschen um das Unkraut kümmert, während ich weg bin. Gut, dass ich jetzt nicht mehr so viel, was ich nicht mehr so viel, was ich nicht mehr so viel. und also viel geister rüben es ist super wir kriegen super viel dünger und pflanzen und alles wir müssen das nur irgendwann auch mal noch an pflanzen hier schon sehr gut aber das unkraut wuchert huhn unternimm was okay die ruhige schöne nacht ist leider vorbei ich ernte mal alles das fertig geworden ist noch okay das war das war gut glaube ich das war ein guter tag ein guter vorbereitungstag für den bosskampf jetzt noch mal 180 waffe er bleibt uns erhalten finde ich wie gesagt ehrlich gesagt nicht mal optimal aber gut nehmen wir die bauen dankeschön noch mal das spenden glas wird wieder ordentlich gefüllt heute danke voll nett von dir ich glaube ich kaufe noch einen geschütztürm türm wenn die jetzt auch pflanzen bewässern sind die doppelt gut frage mich was das heißt meine liebe ist endlos weil irgendwie mehr rüben kriege ich jetzt deswegen auch nicht mehr herzrüben keine ahnung gehen wir zurück auf die farm und schauen mal so erstmal ein türmchen aufstellen ach schon wieder eine sonnenblume gepflanzt macht gar keinen sinn aufhören na immerhin habe ich jetzt noch zwei zwei dünger zwei dünge einheiten in die sonnenblume werfen war sie nicht ganz umsonst na gut das war schon wieder mit dem düngern und ehrlich gesagt durch mit dem mit den mit den mit den mit der kuh ich habe alles was ich brauche damit die farm von allein läuft wir können ein bisschen erkunden während der rest wächst ich werde jeden tag eine verbesserung eine verbesserung für was klingt auf jeden fall gut klingt auf jeden fall gut klingt auf jeden fall 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 Noch lange nicht vorbei die Nacht. Das war schon ziemlich übermütig. So übermütig sollte ich eben gerade nicht werden. Okay, cool. Geschafft. Morgen ist definitiv Farmzeit. Wir haben jetzt wieder genug. Oh, jetzt wird es die Gatling geben. Na super, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Dafür könnten wir uns jetzt noch eine Biene kaufen. Biene, Biene, Biene. Ich meine, Bienen sind schon gut. Aber ich habe schon zwei Bienen. Brauche ich wirklich drei Bienen? Wenn ich aktuell Bienenbonis hätte, wäre es vielleicht was anders. Aber so gehen wir erst mal zur Bürgermeisterin. Und holen uns unsere Wertung ab. Die perfekt ist. Yes. Nice. Okay, was kriegen wir? Okay, was kriegen wir? Drei Bienen. So viel zu dem Thema. Okay. Brückenreparaturteil, Rosensamen, Herzsamen. Das Ernten von Herzrüben verlängert den Tag. Okay, Herzrüben sind gerade um einiges interessanter geworden, würde ich sagen. Ich tausche meinen Bohr-Traktor gegen den Mähtraktor. Dann gehen uns die Samen nicht mehr aus. Rosen habe ich leider keine einzige. Schade, schade. Brauche ich ehrlich gesagt alles nicht hier. Ich glaube, dann kaufe ich mir die Gatling noch und verbessere die noch ein bisschen. So. Aber heute ist wirklich Farmtag. Ich darf jetzt nicht von irgendwelchen blöden Maulwurfprojektilen getroffen werden. Das wäre ärgerlich. Ach, jetzt habe ich gerade quasi ein Baum geschenkt bekommen. Das war anscheinend dieses täglich Irgendwas. Vor allem, was das schon wieder für komische grüne Spritzer sind, die da in alle Richtungen gehen. Aber ich glaube, die sind auf meiner Seite. Irgendwie. Deswegen finde ich es gut. Ich glaube, wenn ich Unkraut kaputt mache, passiert das. Dann kommen irgendwie so komische Schüsse. So grüne Schüsse aus dem Boden. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich aus irgendeinem Grund ziemlich viel Bäume plötzlich habe. Okay. 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 So. So. Allelugod. Sieben Rosen. Sieben Rosen. Okay, es ist so weit. Die Invasion für heute startet. Ich pflück mal noch ein paar Blumen während der großen Invasion. Dann pflücken wir noch ein paar Blümchen. Blumen bringt zwar glaube ich echt nicht viel im Vergleich zu anderem Gemüse. Aber wenn wir schon den Bonus haben, dass unser Umkraut automatisch zu Blumen wird, dann nutzen wir das auch. Wobei, das stand gerade 20. Kann das sein? Weil dann wären Blumen gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also voll okay. Dafür, dass die einfach so random ein bisschen mitwachsen. Ah, die nur 5. Anscheinend die Farbe. Ah. Verschiedene Farben haben verschiedenen Wert. Okay. Interessant auf jeden Fall. Aber doch, ja. Blumen sind gut. Ich brauche irgendeinen guten Bonus für meine Bienen. Dann könnten wir sowas ähnliches machen, wie im letzten Run mit den, mit den Hühnern. Wir bräuchten irgendeinen fetten Bienen-Bonus. Alle Bienen können zielsuchende Killer-Raketen schießen oder sowas. Das wäre gut. Dann wäre hier Party. Okay. Waffe repariert. Danke, das ist gut. Die dürfen wir behalten, heißt das quasi. Nehmen wir uns noch ein paar Samen mit. So, was hat du? Gieße zwei Pflanzen gleichzeitig. Ne, brauche ich nicht mehr. Nach dem Sieg über Gegner wird Unkraut zu Blumen. Aha. Nach dem Sieg über Gegner. Allgemein, oder wie? Ich kaufe das mal. Ach, guck, jetzt ist es meine Freundin. Und das ist jetzt ein Bekannter. Uh, da würde mich interessieren, was passiert, wenn man die hochlevelt. Quasi. Die Mechanik entdecke ich jetzt erst im Grunde. Interessant. Naja, auf zur Farm. Ich glaube, ehrlich gesagt, heute wäre so ein Tag. Da müssten wir fast eine Expedition machen. Wir haben nicht viele Samen. Unser Feld ist fast leer. Ähm. Ja. Gehen wir irgendwo hin. Ich habe ein Brückenreparaturteil. Reparieren wir hier oben mal die Brücke. Ja. Da kann halt diese kleine, dieses kleine Maschinengewehr echt heimgehen, wenn man das mit der Gatling vergleicht. Was zur Hölle ist denn das? Ah, das ist wahrscheinlich irgendein Traktor, oder? Aber was ist denn das? Sprenkler. Pflanzen in einem kleinen Bereich lassen Samen fallen. Reduziert Chance auf Bäume. Ich benutze den mal, weil ich den nicht kenne. Den, den wir hatten, der ist eigentlich gut. Den weiß ich. Aber ich will den mal ausprobieren, den neuen. Das ist eigentlich gut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gewählt habe. Das war keine Absicht. Egal. Irgendeinen Bonus haben wir bekommen. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir sollten zurück zu unserer Basis, wenn es geht. Was ist denn das da? Oha, what? Hä? Wer oder was bist du denn? Hier steht die Zeit still. Das ist nett. Ein Hirsch bietet mir was an. Entweder Herzrüben-Kaikis. Was? Du verlierst alle maximalen Herzrüben bis auf eine. Für jede maximale Herzrübe, die du verlierst, bekommst du vier Samen. Ich weiß nicht recht. Pflanzen wachsen zehn Prozent zu schnell. Verbrennen bei Durst aber. Ach. Nee, danke. Du bist ein Pilz. Auf. Okay. Hahaha. Oh. Das war's für heute. Naja, wir wachsen jetzt wenigstens wirklich viel Blumen. Das ist nicht schlecht. Nicht meine Bäume essen. Geht weg. Mach meine Geschütztölle eigentlich den ganzen Tag. Ne, es sind einfach zu viele Gegner. Okay, cool. Ich hoffe, die Blumen bringen wirklich viel jetzt auf die Menge. Ich kann nicht einschätzen, wie viel ich wirklich gesammelt habe, aber es waren schon einige. Oh, boah, doch. Doch, ja. Ah, jetzt ist die Gatling natürlich kaputt gegangen. Ah, schade. Hey, diese kleine SMG ist sogar teurer als das Standardstöpselgewehr, das ich besser finde. Das ist halt einfach nur, ne, ganz normales Gewehr. Passt schon. Ich frage mich, was hier mit dem Kerl ist. Und was hat der für ein Problem mit der Froschstatue? Ich meine, die Froschstatue guckt schon ein bisschen arrogant rein oder so. Aber was könnte den so wütend auf diese Froschstatue gemacht haben, frage ich mich. Wir werden es wohl nie erfahren. Heute ist Bosskampfnacht. Wir haben acht Rosen. Feuert explosive Schmetterlinge ab. Nehmen wir. Und jetzt ist es unsere Verlobte. Sieben Rosen. Und dann werden wir wahrscheinlich verheiratet oder so. Dammit. Das macht voll Sinn, dass man seine ganzen Rosen auf einen Fremden, also auf einen von den Figuren da investiert. Damit man Beziehungen mit denen eingeht. Okay. Eine neue Mechanik entdeckt, die wahrscheinlich viel ausmachen kann unter Umständen. Verbessern wir mal noch unser Standardgewehr, so gut es geht. Ah, das zappt jetzt. Okay, das hat jetzt so Blitze, die von Gegner zu Gegner springen. Ich habe die Sprenkleranlage gar nicht ausprobiert, die wir uns da extra gekohlt haben. Was machst du jetzt da oben? Hätte ich das lieber auf mein Feld direkt schicken sollen? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so viel Pflanzen hier auf dem Feld. Also ich meine so viel Unkrautpflanzen vor allem leider. Okay, jetzt habe ich nur noch Bäume. Oh, Zielsuchen sind die jetzt auch noch. Okay, das finde ich gut. Ich habe noch gar nicht geschossen damit. Fällt mir gerade ein. Okay. 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 Die gibt es nur im Standardbanner. Aber nicht im Gegensatz zu allen anderen Figuren eigentlich. Das ist schon interessant für dich. Das ist schon interessant, finde ich. Also Kaya, Lisa. Ähm. Und noch ein bisschen Amber natürlich. Ja. Amber nicht vergessen. Wo ist denn jetzt dieser Autobösewicht hier? Oh! Wo kam denn plötzlich diese Abgase her? Habt ihr gesehen, was für ein Tempo die drauf hatten? Boah! Wo kam denn der plötzlich her? Mein Gott, der alte McDonald. Der McDonald. McDonald. Mech Donald. Da ist ein... Ja, ich muss zugeben. Das ist lustig. Hahaha. Dass dieses Roboter-Auto der alte Mech Donald ist. Old Mac Donald. Schön. Gut zur Hölle ist er. Was zur Hölle? Der alte McDonald ist irre. Der hält so viel aus. Und ich nicht mehr. Okay. Old Mac Donald ist tot. Puh. Der Schuss war knapp. Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Es dreht so durch. Es dreht so durch. Riesige Insektenschwärme überfallen meine Bäume. Oh, das ist so toll. Okay, dann sammle ich jetzt noch ein paar Blumen, während ich hier die letzten Hasen noch töte. Wir haben übrigens vorher einen Bonus bekommen. Das habe ich gar nicht gesagt, dass jetzt Pilze neben unserem Brunnen wachsen. Das ist schon cool. Jetzt können wir uns jeden Tag einen Pilz holen, der entweder den Tag verlängert oder uns Turbo verleiht. Oder ähnliche Sachen macht. So, da la. Bosskampf geschafft. Waffe leider kaputt gegangen. Okay. Gehen wir mal zu ihr hier. Zur Bürgermeisterin. Yes. Yes. Da, 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 da. Very nice. Geschütztürme und Drohnen sind schneller. Schießen schneller. Das ist gut, weil wir haben drei Geschütztürme. Das ist ein guter Bonus für unseren aktuellen Run. Ich habe noch nie in meinem Leben Kakerlaken gesehen, glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht, welche Gegnerart Kakerlake genannt wird. Na ja. Düngt alle Pflanzen. Na, meinetwegen. Ich sehe das jetzt erst, dass hinten an der Kutsche von dem Händler, von dem Zucchini-Händler, äh, Aubergine-Händler, ne Katze gespannt ist. Na, viel Glück. Das möchte ich sehen, dass die Katze da hinläuft, wo der Händler hin will. So, leider habe ich nicht genug Rosen jetzt hier für unsere Verlobte. Das fände ich schon sehr interessant. Deswegen spare ich jetzt auch. In der Hoffnung, dass wir noch lang genug leben. Und jetzt alles, was wir haben, pflanzen und dann den Superdünger einsetzen, den wir gerade haben. Ja, da wächst die Sonnenblume. Sehr schön. So, Schweine bestellen feuchten Boden. Solange der Boden feucht ist, wachsen die Pflanzen sehr schnell. Zeitverlängerungspilz und ein Baum. Okay, cool. Okay, cool. Okay. Geh, Geh, Geh. Schudala! Sehr schön! Unsere kleine Farm. So hätte ich das Spiel genannt. Dann hätte ich Mordklagen bekommen. Und wäre bankrott gegangen. Deswegen mache ich keine Videospiele. So! Ganz schön viele Bäume. Das ist eigentlich ganz cool. Um die muss man sich nicht so kümmern. Die wachsen einfach. Ach ja, genau. Mein blöder Traktor. Ich weiß immer noch nicht, was der macht. Bewässert der jetzt hier alles automatisch? Oder wie? Weil ehrlich gesagt brauche ich den gar nicht dann. Weil ich habe genug Bewässerungsmechaniken schon. Ich habe eine Kuh. Meine Geschütztürme bewässern. Ich wüsste nicht, was ich noch an Bewässerung bräuchte. So. Ich habe noch eine Runde Blumen gesammelt. Jetzt kann der Verteidigungskampf losgehen. Die Standardwaffe, die ich jetzt hier habe, ist zwar nicht optimal. Für so einen Verteidigungskampf. Aber passt schon. Ich glaube wirklich diese, wenn ich Unkraut vernichte, dann schieße ich quasi irgendwie so grünes Gift in Richtung Gegner. Und das ist vor allem dann echt cool, wenn ich Blumen aufhebe. Weil die zählen immer noch als Unkraut. Und in die Richtung, in die ich die Blumen aufsammle, gibt es quasi so eine Druckwelle. Die kann dann wieder Gegner töten. Und durch den Bonus, den wir haben, neue Blumen erschaffen. Weil immer wenn Gegner sterben, ja neue Blumen wachsen. Insofern ist das eine ziemlich coole Bio-Pump-Gun, die ich da gebaut habe. Versehentlich. Oder zufällig. Aber hier macht die nix, oder? Ne, ich glaub nicht. Ich glaub der Traktor ist. Ich hab mit dem anderen behalten sollen. Ah, ich hab Schaden bekommen. Mist. Soll nicht besser aufpassen. Es geht aber auch drunter und drüber hier. Da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Oh, die haben ganz schön viel von meinen Bäumen zerstört. Oh Mann. Meine schöne Baumplantage. Autsch! Aber ehrlich gesagt, deswegen waren sie da, die Bäume. Damit die Würmer und die ins Fliegen abgelenkt sind, auch wenn ich kein Gemüse dastehen habe. So, erster Wintertag überstanden. Puh. Ja, ich glaub ich kauf die Gatling. Für den Spottpreis. Ein Herzsamen. Sehr gerne nennen wir den. Leider. Keine Rose. Leider auch keine Rosensamen. Ich wüsste auch nicht, wo ich Rosensamen hätte. Moment, hab ich Rosensamen? Ne, ich hab leider keine Rosensamen. Waffe verbessern. Los geht's. Da müsste ich fast nochmal auf Expedition gehen für einen Rosensamen. Und ich trau mich ganz ehrlich nicht. Weil ich Angst habe, dass wir sofort sterben, wenn ich jetzt meine Farm verlasse. Weil die Gebiete, die wir jetzt noch nicht erkundet haben, sind knallhart. Ah, Geschütztürme und Drogen wollte ich schon sagen. Drohnen, nicht Drogen, werden besser. Ein neuer Baum. Also was, ich geh kurz auf Expedition. Ich weiß aber, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo wir noch nicht so gut uns umgesehen haben und wo schon. Ich geh jetzt einfach mal hier rein und dann gucken wir mal. Ah, da schießt schon irgendwas auf mich. Ein Herzsamen. Na, immerhin. Herzrübe nehm ich auch. Find ich gut. Ah, da ist noch ein Lager. Okay, schauen wir mal, ob wir hier Glück haben. Jawohl, zwei Rosensamen. Ich wollte grad sagen, mit einem Rosensamen wäre ich schon glücklich. Zack, kriegen wir zwei. Sehr schön. Dann nehme ich noch die Blaubeeren mit. Wird sich die Bürgermeisterin freuen. Und beim nächsten Loch reisen wir wieder zurück. Das ich finde. Aber nehmen wir uns doch ruhig noch so eine Taube mit. Okay, guck. Ich mein, hier haben wir uns zumindest anscheinend noch nicht so gut umgeguckt. Find ich ganz gut. Gibt's noch einiges zu holen hier. Zeitverlängerungspilz ausgezeichnet. Den können wir grad sehr gut brauchen. Ach, die Gatling ist einfach so gut. Erhalte mehr Energie, wenn ein Traktor benutzt wird. Zeig, was eine Hake ist. Okay, die muss ich nehmen. Keine Ahnung, was die macht, aber... Bin gespannt. Okay, ab nach Hause, würde ich sagen. Wir haben Samen. Wir haben Herzsamen, Rübensamen, Rosensamen. Wir haben alles, was wir brauchen. Alles, was das Herz begehrt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier in die Kirche. Bis zum nächsten Mal. Das ist vor allem für eine Angelegenheit. Okay, jetzt ist jetzt die Zeit fürs Kämpfen gekommen. Okay, jetzt ist die Zeit fürs Kämpfen gekommen. Jetzt ist die Zeit fürs Kämpfen gekommen. Das passiert selten, aber wenn, dann ist es halt doof. Ich bin aus irgendeinem Grund verlangsamt. Sogar noch langsamer als mit der Gatling eigentlich. Und überall sind so viele Blumen. Wahrscheinlich, weil so viele Gegner gestorben sind. So, ausgezeichnet. Ja, genau. Na, Mann, die Crewmitglieder müssen rausgewählt werden aktuell. Noch ist Zeit. Ähm, normalerweise Donnerstag nachmittags werde ich das immer aus. Die Videos. Okay. Und das geht's. Juhu. Ich tue alles, damit ich hier weg kann. Oh, das klingt sehr romantisch. Naja. Moment, kommt, ist jetzt, geht jetzt wirklich mit mir mit. Oh mein Gott, ist das cool. Man kann sich echte Begleiter quasi holen. Die Ruh gehört jetzt zu mir. Und jetzt erhöht Kampfwert. Ruh gibt mir ab und zu Kürbissamen. Oh mein Gott. Kater, du musst jetzt echt weggehen. Das ist so aufregend. Nicht vor den Bildschirm liegen. Danke, Kater. Sehr netter Kater. Okay. Das ist ziemlich cool. Jetzt werte ich noch unsere Gatling auf. Wie bekloppt. Bekloppt, da geht's leider nicht mehr. Und ich kaufe den Herzsamen noch. Auch wenn's überteuert ist. Aber besser als nix. Sag gerne, du musst jetzt wirklich weggehen. Komm, ich kann dich jetzt nicht streicheln. Und wir können jetzt auch nicht spielen. Jetzt wird's ernst hier. Es geht Richtung Finale. Kater. Ich muss kurz meinen Kater abwehren. Der arme. Arme Kuschelkater. Aber es geht gerade nicht. Leg dich bitte einfach hin. Hm? Einfach liegen bleiben. Danke. Okay. Puh. Na dann. Los geht's. Ich bin ganz nervös. Vor allem mit Ruh jetzt. Das ist gemeinsam. Jetzt müssen wir uns erstmal hier um die Farm kümmern. Jawohl, die schießt auf die Gegner. Immerhin. Das ist cool. Iuhu. Mensch, das ist ne coole Mechanik, die ich überhaupt nicht kannte bis gerade eben. Das macht voll Sinn, dass man sich dann echt rosentechnisch auf ein NPC spezialisiert, ne? Schon sehr cool. Ich setze den einfach ein. Ich weiß wirklich nicht genau, was der bringt. Ich glaube, der gießt echt Pflanzen in der Umgebung. Aber eigentlich ist das halt... Ich meine, in anderen Situationen kann das super sein. Aber für uns jetzt gerade ist das echt nicht mehr notwendig. Ich meine, in anderen Situationen kann das sehr gut sein. Ich meine, in anderen Situationen kann das sehr gut sein, dass ich jede Kontrolle über meine Figur verliere. Und das ist das mega Needle, im Ernstfall. Okay. Jetzt ist es soweit. Wer wird es sein? Wer? Wer wird der letzte Boss sein? Also es ist nicht der letzte, letzte Boss. Es gibt dann noch den letzten, letzten Boss. Aber wer ist jetzt der... Moment, sind wir schon im Winter? Ja, ich glaube schon. Ah, es ist schon wieder er. Hoffentlich kommen wir mit unserer Gatling besser gegen ihn und seine weißen Hasen um ihn an. Was war denn da das Wortspiel mit Hase und Undertaker? Mir fällt gerade nichts ein, was das gewesen sein könnte im Englischen. Hm, Lesbe, keine Ruhe. Der Underrabbit, das macht alles keinen Sinn. Da kann ich mir nicht mehr erinnern. Jawoll! Einmal wurden wir getroffen. Jetzt ist er weg. Die Nacht ist zwar noch nicht vorbei, das darf man immer nicht unterschätzen. Da kann etwas noch schief gehen, aber das Schlimmste haben wir bestanden. Okay. Ich sollte vielleicht die Blumen stehen lassen, weil der nächste Boss, der jetzt kommt, hat eine sehr besondere Funktion, bei der es vielleicht hilfreich ist, wenn ich jetzt nichts mehr ernte. So, also vielleicht das Herz. Wenn möglich sollte das Feld quasi voll sein, bevor der nächste Boss kommt. Ich muss mich echt jetzt drauf, das ist nämlich echt, ich bin voll drauf konditioniert, einfach im Vorbeilaufen immer wieder abzuernten. Sollte ich jetzt nicht machen. Bei dem letzten Boss bekämpft man tatsächlich mit seinem Gemüse. Okay, lassen wir die... Oh! Die wurden jetzt automatisch geerntet von irgendwem oder irgendwas. Nicht von mir. Ich habe nichts gemacht. Macht es Ruhe etwa für mich. In dem Fall war es leider nicht sehr hilfreich. Naja, aber im letztendlichen Kampf ist es dann vielleicht hilfreich. Okay. Jetzt geht es los hier. Gehen wir erstmal noch zur Bürgermeisterin. Oh, jetzt ist leider unsere Gatling kaputt gegangen. Die hätte ich gern behalten. Wobei, ehrlich gesagt, brauchen wir die fast gar nicht mehr. Zumindest nicht unbedingt. So, wenn wir jetzt nochmal alles vollgekriegt haben bis oben hin, das wäre Hammer. Yes! Guckt euch das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Füllhörner. Das ist toll. Drei... Drei Kühe. Okay. Nehmen wir drei Kühe auch noch. Hosen-Samen, Herz-Samen, Herz-Samen, die ganzen Füllhörner und die Schweine. Pflücken von Rosen verlängert den Tag. Das ist schon das beste Lied, oder? Oh, oh. Ein seltsames Erdbeben. Was ist hier los? Na, kaufe ich halt das normale Gewehr. Noch ein paar Samen. Gewehrhochstufen, so gut es geht. Und ab geht's zum letzten Bosskampf. Das wird spannend jetzt. Wünscht mir Glück. Ich hab den einmal geschafft, aber auch leichter als jetzt. Der große Gemüsekopf. Und der ist eben absolut kugelsicher. Den Tunschüsse nix. Ich muss stattdessen jetzt quasi... Äh... Pflanzen ernten. Und die Pflanzen fliegen dann zu ihm und tun ihm weh. Und ich merk grad die Blumen, glaub ich auch. Ich glaub, wenn ich die Blumen ernte, kriegt der Schaden, oder? Kann das sein? Ich hoffe es. Ah, irgendwie nicht. Nicht so wirklich, ne? Nicht nennenswert zumindest. Das Problem ist halt, der ist ein riesen Arsch. Der zündet alles an. Der macht dann Explosionen, macht Attacken mit riesen, riesen Feldern. Also... Schmerzfeldern. Damagefeldern. Ihr wisst schon. Ist einfach kein sehr netter Bus. Und ich mein, ich hab bis jetzt doch schon einiges geerntet. Und guckt euch an, wie wenig der bis jetzt verloren hat. Die Energiebombe. Aber hey, bis jetzt sieht meine Lebensenergie noch gut aus. Es sind viele Pflanzen auf dem Feld, die jetzt nach und nach fertig werden. Ich dünge noch fleißig. Ah... Und jetzt... Ah! Sehr gut. Jetzt, guckt jetzt, wo alles brennt. Da wird unser Löschtraktor plötzlich wieder interessant. Sehr gut. Der Wassertraktor löscht nämlich auch. Ach, die riesen Zwiebel, die da gerade im Boden steckt. Für die, für die habe ich hohe Hoffnung. Ich hoffe, die macht so viel Schaden, wie sie aussieht. Da kommt die riesen Zwiebel. Kommt schon. Ah, okay. Immerhin. Immerhin. Das war ein kleines Stück Energie. Der verloren hat. Ich brauch mehr Samen. Ich muss Samen holen gehen. Zum Glück erschafft er immer wieder so komische Köpfe quasi auf dem Boden, die ich kaputt machen muss. Und die droppen dann einen Haufen Samen wieder. Aber ich muss mich beeilen, weil die explodieren auch und machen extrem viel Schaden. Ja, extrem viel Schaden nicht, aber haben einen extrem großen Schadensbereich. So rum muss ich sagen. Ist wirklich gemeint, dass die Blumen keinen Schaden machen, ne? Die fliegen ja auch zu ihm hin. Genau so wie das Ei und so. Vielleicht machen die auch nur sehr wenig Schaden. Damit könnte ich leben. Aber gar keinen Schaden fände ich einfach nicht gemeint. Muss ich schon sagen. durch das Gut. Boleh, wir gehen. Wir sind zum samaan. booth. Ich kann dasια remove sinnen. Die Situation stehen. Oh mein Gott, der ist noch nicht mal halbtot, ey. Ich hab den jetzt schon... Ah, Mist, jetzt wurde ich wieder getroffen. Ich hab den jetzt schon wirklich so viel Gemüse auf den Kopf geworfen. Ich hab keine Samen mehr. Ich muss echt jetzt Samen sammeln gehen. Ich pflück mal die ganzen Blumen, die hier noch so sind. Eventuell bringt ja doch ein bisschen das. Wenn ich Samen sammeln gehe, verbrennt der meine ganzen Pflanzen. Mensch, was fängt man euch? Okay, das Feld ist jetzt aber wieder ziemlich voll hier. Jetzt muss ich nur noch wachsen und ich muss überleben. Okay, ich hab wieder sehr viel Samen dabei. Ah, Mist, ey. Dem einen ausgewichen und in das andere reingelaufen. Ah, das ist schon mies hier. Bin ich zu schnell für mein eigenes Wohlbefinden oder so. Okay, das ist schon mal hier. 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 Ich bin gerade so froh, dass ich diese zielsuchenden Kugeln habe. Die Gatling wäre hier gar nicht so nützlich, ehrlich gesagt, glaube ich, wie das hier. Weil ich damit einfach blind schießen kann und irgendwas trifft es schon. Das ist echt gerade Gold wert. Okay, ich hätte echt gehofft, es reicht, aber Sterber! Nein! Aber ich glaube, ich muss noch einmal Samenhüllen gehen, oder? Na, na! Ja, 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 ja. Wir haben es geschafft. Drei Jahr freigeschaltet. Äh, Jahr drei freigeschaltet. Das ist eben die Progressionsmechanik in dem Spiel. Jahr eins habe ich schon vor dem Stream privat quasi geschafft. Jetzt haben wir Jahr zwei geschafft. Jetzt kommt Jahr drei. Es wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Dafür wird die Belohnung, die man kriegt, immer größer und größer. Und ein neuer Charakter haben wir freigeschaltet. Robusta. Oh, und die Musik hat sich aufgehängt. Aber nur die Musik, dann ist schon gut. Oh, das gehört so. Wer weiß bei dem Spiel. Okay, cool. Wir haben jetzt auch 48 Superwährung. Können wir mal gucken. Plus 1% Waffenreparaturchance. Dass Waffe am Ende des Tages nicht kaputt gehen. Warum nicht? Aha, Animorchorie. Weiß nicht, was das ist. Gewähr deine Chance von 10% auf Samen höherer Stufe. Und eine Chance von 3% auf Kürbisse oder Rosen. Pilzeffekte dauern länger. Blablabla. Also 1% mehr Chance, dass die Waffen nicht kaputt gehen. Nach Ende des Tages nehmen wir. Immer gut. So, Abklingzeit für Traktoren. Leicht reduziert. Ich weiß nicht genau, was Animorchorie ist. Gewähr deine Chance von 10% auf höhere Samen. Das ist auf jeden Fall irgendwas, das Samen generiert. Und damit kriegt man die Chance auf bessere Samen und sogar Rosen. Das ist gut. Auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht genau weiß, was es ist. Nehmen wir. Das ist ganz cool. Ich handel hier nämlich mit Ameisen. Irgendwie sind die die Händler in dem Spiel. Und da müssen wir darauf achten, immer wenn ich was kaufe, geht so ein Ameisenschwamm zum Haus und baut da irgendwas. Ich kaufe mal noch irgendwas hier. Pilz Dauer hält länger. Oh, wo laufen die denn hin? Ach, jetzt bauen die einen Weg hier, die Ameisen. Ach, nicht schlecht. Hier kann man sich angucken, was man schon alles für Verbesserungen hat. Naja, cool, cool. Äh, dann würde ich fast sagen... Wie spät ist es denn jetzt? Ja, machen wir noch einen Run mit dem neuen. Der Be- mit Drohne beginnen und alles ist schneller. Was heißt alles ist schneller? Sind die Tage kürzer, schießen Gegner in höherer Frequenz? Was bedeutet das? Und wir schalten auf Tag 3. Da ändert sich auch der Hintergrund von der Map hier nicht. Gibt auch tägliche Herausforderungen, sehe ich jetzt gerade erst. Naja, neues Spiel mit Robustius. Robustius, Robustia, wie auch immer. Ich nenne ihn einfach Robert. So ähnlich würde schon heißen. Also er bewegt sich schon mal schneller auf jeden Fall. Er schießt auch schneller. Und die Gegner auch. Es ist wirklich alles schneller. Um Himmels Willen. Das ist ja die Hölle. Hahaha. Lustige Idee für den Charakter. Aber verdammt nochmal, das wird kein sehr langer Run. Kann ich euch jetzt schon sagen. Dass der mit einer Drohne beginnt, finde ich zwar gut. Aber die Geschwindigkeit ist ein bisschen bekloppt. Und jetzt, momentan geht es überraschenderweise sogar noch ganz gut. Ach, naja, aber da geht es schon los. Aber auf höheren Levels dann ein bisschen mehr wuselt. Das Spiel ist sowieso schon so wuselig. Meine Güte. Und dann startet Robustius auch noch witzigerweise mit sehr wenig Lebensenergie. Nee, das ist nicht mein Charakter. Oh mein Gott. Da muss man aber echt schon das Reaktionsvermögen von einem hyperaktiven Eichhörnchen haben. Damit man das gut spielen kann, glaube ich, mit dem. Das ist absolut lächerlich. Ja, aber wirklich. Wie es da steht. Alles ist schneller. Alles. Ich finde es ja total lustig. Aber das ist kein Charakter, mit dem ich spielen werde. Das Schlimme ist wahrscheinlich, wenn man mit dem ein bisschen spielt, kann man wahrscheinlich mit den anderen kaum mehr spielen. Weil plötzlich alles in Zeitlupe ist. Gefühlt. Aber das ist... Das geht nicht. Es hat ehrlich gesagt was. Es hat einen ziemlich coolen Flow und so. Das muss ich schon zugeben. Aber es ist zu schwer. Es ist viel zu schwer dadurch. Es ist viel zu schwer dadurch. Das heißt, es ist viel zu schwer dadurch. Moment aber... Vergeht die Zeit auch schneller? Oder ist die Zeit gleich? Weil das würde bedeuten, man könnte theoretisch natürlich auch in derselben Zeit sehr viel mehr schaffen. Aber andererseits... Was denn? Außer sterben. Das war's für heute. Na ja, verrückt. Hallo Nijan, wie geht's? Ja, ich glaube wir sterben mit dem Charakter quasi jetzt instant, aber steigen wir nochmal in den Hubschrauber und schauen mal, ob wir uns eine Farm aufbauen können. Ich meine, wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher auf die Zeit. Da muss ich mal drauf achten. Ich könnte es nämlich gerade gar nicht sagen, ob zwei Minuten normal ist für den Tag. Weil zumindest fürs Farmen und so wäre das durchaus ein ziemlich gutes Argument für den Charakter, aber das Kämpfe ist ein bisschen zu bekloppt mit dem Tempel. Das Tempo, mit dem der Unkraut kaputt macht und wie er hier auch gießen kann und so, das ist schon alles sehr gut. Das muss man schon sagen. Naja, wer weiß, ne? Ich glaube mit dem Charakter werde ich nicht warm, aber grundsätzlich ist, das hat er auch seine Vorzüge, muss man schon sagen, ne? Aber da wird er jetzt halt auch schon tot. Ja, genau. Ne, mit dem kann ich dich spielen. Aber cool ist es trotzdem. Schön, dass es ihn gibt. Aber nix für mich. Da versuchen wir lieber noch mal einen Run mit der Imkerin. Würde ich vorschlagen. Vor allem jetzt mit der neuen Rosenmechanik, die ich gerade verstanden habe. Kürbisse sind scheinbar auch irgendwas Besonderes. Ich verstehe aber nicht, was genau die eigentlich machen. Ne, mit dem ist das Spieltempo wirklich lang genug. Aber tatsächlich, die Tage sind bei Robustius oder wie er heißt, genauso lang. Das heißt, dass man tatsächlich in derselben Zeit einfach mehr machen könnte. Und man nur auch überleben könnte. Das ist halt dann das Problem. Vielleicht müsste man das Spiel einfach auf einem sehr alten Rechner spielen, damit der Turbomodus einem vorkommt wie der normale. Hm. So viele Spitzacken. Das ist mir sehr cool. Kann man brauchen. Aber nicht mehr. Und wir werden andere Sachen lieber. Oh, ein Mähdreschertraktor. Jawohl. Das ist der Jackpot hier. Das ist wirklich super. Gerade für unsere... Ich kann super schnell Sachen anbauen, Frau. Das ist wirklich toll. Weil bei ihr hat man nie genug Samen. Und dank dem Traktor kann man sich in regelmäßigen Abständen eine große Portion Samen aus den Wiesen holen. Das ist ziemlich gut. Auslösung. 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 Mein Gott, Mülleimer. Stirb. Danke. Mal sehr gut, den Mülleimer. Auslösung. Auslösung. So, wachsende Pflanzen, Explosion, Schmetterlinge frei. Ich erhalte drei Schweine. Okay, wir nehmen drei Schweine. Drei kleine Schweinchen. Wenn ich länger drüber nachgedacht hätte, hätte ich das andere genommen. Wäre dadurch, dass bei ihr Pflanzen schneller wachsen, würde ich sehr viel explodierende Schmetterlinge freisetzen. Was ihre Kampfkraft erheblich steigern würde. Was genau ihre Schwäche ist eigentlich. Aber man kann halt hier nicht immer so viel nachdenken. Wie man gerne würde. Man müssen Entscheidungen aus dem Bauch rausgefällt werden. Und wenn es heißt, ich könnte drei kleine Schweinchen haben, dann nehme ich drei kleine Schweinchen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, natürlich kann ich jetzt nur noch ein Schwarm von denen. Weil warum denn nicht? Um Himmels Willen. Autsch, nein. Unnötiger Kräffer. Nervig will ich nicht. Scheiße. Okay, komm schnell. Du musst echt unbedingt noch schnell sterben, bitte. Damit ich mir noch schnell... das da holen kann. So, gut. Weil dann war es ein guter erster Tag, denke ich. Guter erster Farmtag. Also, Farm im Sinne von für die... Für die Farm, Farm. Farmtag. Na dann, bauen wir an. Was wir gelootet haben beim ersten Mal. Also, wir haben einen Erdbebengenerator. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, sehr schön. Jetzt muss nur gegossen werden. Jetzt in der Kuh wäre jetzt halt noch gut, ne? Weil gießen können wir jetzt leider halt nicht gut. Unsere einzige Schwachstelle momentan. Wirklich, wirklich. Wir sind wirklich ziemlich gut breitfächtig aufgelöst. Nur gießen können wir nicht gut. Jetzt will ich aber fast auch nicht weggehen, weil irgendjemand muss hier gießen. Bis jetzt ist der Traktor noch nicht super effizient, aber das hört, je mehr Unkraut hier rumsteht. Oh, das hat mich getroffen. Unverschärft hat. Das ist ja gut. Jetzt haben wir zumindest ein Abwehrturm auch dastehen. Und jetzt versuche ich die Nacht, die wir hier durchhalten müssen, noch so viel zu gießen wie möglich. Da ist wirklich gerade unsere Schwäche leider, dass wir nicht genug Wasser auf die Pflanzen kriegen. Dafür haben wir, finde ich, für den ersten Tag, also für den zweiten Tag schon ein ziemlich großes Feld mit ziemlich viel Pflanzen. Für die Bewässerung, der scheitert sich immer noch. Und unsere Lebensenergie könnte größer sein, finde ich. Könnte höher sein. Das ist auch nicht ganz optimal. Diese Bombenhasen immer. Die nerven mich. Geht weg, bitte. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich habe nichts als Gefühl, dass wir zu viel aus dem Feld rausgebracht haben. Eben wegen der fehlenden Bewässerung. Naja, hundert, über hundert ist okay für den ersten Tag, passt schon. Aber jetzt ist Bosskampfzeit und wir haben zur Auswahl den fliegenden Hörchenwerfer und die Donnerbüchse, die ich beide nicht mag. Na toll. Hilft nix. Oh, ich kann die nicht mal mehr upgraden. Dammit, dann haben wir jetzt nur die Standard-Donnerbüchse, die ich echt nicht gut finde. Na ja, gehen wir zurück auf unser Feld. Hilft jetzt eh nix. Müssen wir jetzt durch. So, anstatt jetzt hier rumzustehen und das alles zu gießen wie so ein Trottel und das bringt eh nix, versuche ich mein Glück und schaue, ob wir irgendwas zur Bewässerung hier vielleicht lüten können. Auch wenn ich mit der Waffe nicht sehr glücklich bin. Aber sie funktioniert. Passt schon. Könnte schlimmer sein. Okay, eine Bewässerungskuh. Perfekt. Die kann jetzt nämlich schon gießen, während ich hier noch ein bisschen weiter loote. Hab zwar eh nur noch eine Minute, aber die nutzen wir. Habt ihr das gesehen, wie die Biene gerade von hinten ins Bild geschossen kam? Ich hatte keine Chance auszuweichen. Ich bin ausgewichen, aber nur aus meinem Glück. Bewusst hätte ich das nie im Leben hingekriegt. Manchmal ist das schon echt gemein, das Spiel. Autsch, verdammt nochmal. Oh mein Gott, und wie? Autsch, wir sterben hier gleich. Oh mein Gott, ich möchte wieder heim jetzt. Ich wusste nicht, dass unsere Lebensenergie so schlecht aussieht. Jetzt hätte ich nämlich ein paar echt gute, nützliche Items, die uns echt helfen könnten. Ah, lauf! Oh, oh, jetzt ist schon Bosszeit. Das ist ungünstig. Ich bin doch gar nicht bereit eigentlich. Können wir nochmal drüber reden vielleicht? Nein, können wir nicht. Okay, dann los. Ich mach dem halt überhaupt keinen Schaden. Okay, dann los. Okay. Ja, komm schon. Stört bitte. Danke. Ist ja nett schon mal von Ihnen. Okay, geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Aber freu mich sehr. Puh. Glück gehabt. Das ist so knapp. Schade. Das letzte, was man als Belohnung kriegt, ist ein Rosensamen. Und jetzt, wo ich diese Begleitermechanik entdeckt habe, wäre das natürlich der Hammer. Auf dem Boden wächst kein Unkraut. Hey, ich glaube, ich nehme das jetzt mal, aber nur, weil ich es noch nicht kenne. Und ich will wissen, ob das bedeutet, dass wirklich nirgends Unkraut wächst. Weil das will ich nicht. Oder nur auf meinem bestellten Boden. Schauen wir mal. Könnte jetzt ein Nachteil für mich sein. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Rosen, die ich geerntet habe, nur noch für die Fremden hier ausgeben. Gib allen Freunden maximale Energie, wenn du Schaden erleidest. Heil dich mal. Nein, nein, ich... Keine Ahnung. So. Na dann. Auf in den Sommer. Mir geht's auch gut, Dankeschön. Eine Vogelscheuche. Bauen wir die mal auf. Ich habe schon nur noch ein HP, was sehr beunruhigend ist. Aber eigentlich müsste ich jetzt echt auf Expedition gehen. Aber mit meiner Standardwaffe und nur einem HP ist das nicht sehr klug. Aber alles andere ist super Zeitverschwendung. Ich muss es machen. Vielleicht sterbe ich jetzt, aber anders sterbe ich halt danach, weil ich kein Gemüse anbauen und sammeln kann und keine Upgrades kriege. Hilft nix. Ich zöger's nur hinaus, wenn ich jetzt keine Expedition mache. Ich zöger's nur hinaus, wenn ich jetzt keine Expedition mache. Das wird mir grad schon wieder zuviel hier. Das sind ja eben nicht nur die Hasenlager, die man hier überfallen muss, sondern auch die ganzen Random-Tiere, die dann unterwegs sind. Die dann auch noch zusätzlich ihre teilweise total bescheuerten Projektile irgendwie mit in den Raum schmeißen. Und das ist einfach alles eine riesen Hitzone. Aber ich habe jetzt einen Huhn. Das ist gut. Und jetzt gehen wir. Ich habe ein paar Samen und ich habe einen Huhn. Einen Huhn ist gut. Und der Traktor ist aufgeladen. Den wollte ich vorher schon benutzen. So. So. Very nice. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Zumindest konnte ich mich jetzt recht wieder gut heilen mit dem was da auf dem Feld bei uns schon war an Herzdingern. Und unser Rosenbütschi gefällt mir auch ganz gut. Untertitelung. BR 2018 Oh oh, jetzt aber Schnelltraktor. Ich hab dich ein bisschen spät gerufen. Ich muss, dass die Samen verloren gehen. Okay, passt schon. Noice. Okay, okay, okay. Das Plücken von Rosen verlängert den Tag. Das ist ein Bonus, den ich gerne mag. Das hätte ich auch gerne, aber das kann ich mir nicht leisten. Schade. Ich glaube, ich nehme die Gatling, verbessere die und gehe nochmal auf Expedition nach oben heute. Weil wir brauchen mit ihr einfach mehr Samen. Und überhaupt, wir haben noch nicht so viel für unseren Bauernhof eigentlich. Ich pflanze jetzt noch schnell was wir haben hier ein. So, rala. Und auf geht's. Ich muss halt dann abends echt wieder zeitig zurück. Aber jetzt mit einer anständigen Waffe können wir hier auch mal ein bisschen besser erkunden. Ich muss auch mal ein bisschen besser erkunden. Ich habe jetzt ungefähr eine Milliarde Bienen. Ich muss echt auf Bienen, nach Bienen-Bonis Ausschau halten. Gibt es bestimmt. Ich muss sie nur mal finden. Autsch, jetzt hat mich der Hass noch schnell getroffen. Come on, das war nicht nötig. Noch mehr Bienen, los jetzt. Irgendwann, ne? Und dann habe ich 100 Bienen und dann kriege ich den Super-Bienen-Bonus. Und dann gucken meine Gegner blöderste Wäsche. Ich bitte, wir sehen mich jetzt schon mal voll auf Bienen. Bienen! Na gut, okay, die Kuh hätte ich jetzt wirklich nehmen sollen. Die wäre schon wieder gewesen. Oh oh, ich muss zurück, ich muss zurück. Oh oh, es ist auch noch... Oh shit, den hatten wir noch nicht im Stream jetzt. Das ist schlecht. Das ist das Gegenstück vom Heute-kannst-du-mal-chillen-Mond. Das ist der Heute-ist-die-Hölle-los-Mond. Das ist nicht lustig. Oh, Ufos! Wir empführen meine ganzen Bienen jetzt nämlich und leider so Blödsinn. Das ist echt nicht lustig. Natürlich kommen auch noch Hexen und Hasen-Sniper. Ja, die Aliens sind ja nicht genug. Ah, das ist einfach scheiße, ey. Aber das müssen wir einfach durchstehen jetzt, so gut es geht. Dafür kommt man dann normalerweise mit echt guten Belohnungen draußen. Also, wenn man Glück hat, profitiert man von dieser Nacht. Aber, naja. Überleben muss man sie halt. Das ist die Herausforderung. Also, ich bin da vorயt. Autsch! 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 Nicht gut! Nicht gut! Autsch! Autsch! Wir haben es irgendwie überlebt, gerade so! Oh mein Gott! Puh! Cool! Da hat sich jetzt die Taube, die ich vorher bekommen habe, die unser ganzes Feld neu bepflanzt hat, echt gelohnt! Meine Güte! Aber meine Güte war das gerade irre! Puh! Gott! Leider nicht genug Rosen! Ich habe nur zwei Rosen Samen! Hm, das ist ein bisschen wenig! Aber jetzt pflanzen wir erstmal alles, was wir haben! Beziehungsweise muss jetzt erstmal alles wachsen, was wir haben! Dank dem Bonus von unserer Figur und unseren Bienen dürfte das aber recht zügig gehen, zum Glück! Dank dem Bonus! Dank dem Bonus! Dank dem Bonus! Das war's für heute. So, holen wir uns mal noch ein paar neue Samen und Dünger. Also geerntet hätten wir jetzt echt viel. Die Frage ist nur, überlebe ich die Nacht. Weil wir haben halt wirklich nur noch ein Herzchen und keine Samen, mit denen wir uns heilen können. Und ohne Expedition oder die irgendwo zu kaufen, kriegen wir auch keine Herzsamen mehr. Insofern... Wäre zwar schade, aber könnte gut sein, dass wir das nicht mehr heimklimmen jetzt. Oh, ist heute auch noch Bossnacht. Bossnacht. Oh, das habe ich ja auch noch voll übersehen. Nach der letzten Nacht habe ich da gar nicht mehr dran gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte. Naja, das dürfte es dann gewesen sein. Ah, jetzt kommt der Alien-Anführer, nachdem wir gestern Nacht gegen die kleinen Aliens gekämpft haben. Wie passend. Der ist eigentlich nicht super schwer, aber mit unserer Figur, mit unserer Bewaffnung und vor allem mit unserer HP schaffen wir den nicht. Das dürfte ich. Das ist ein ziemliches Gerät. Oh Gott. Hahaha, das war schon ziemlich miskraten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.